moin moin und hallo endlich ist es da das große fallout 4 next gen upgrade sowohl für pc als auch für konsolen ist es enthalten ich habe gerade ein neues spiel gestartet auf dem pc ich habe es parallel auch auf der playstation 5 runtergeladen wo ich meinen alten playstation 4 spielstand drauf habe mit whatever über 300 spielstunden wovon ich 299 gebaut habe und den werden wir im anschluss zeigen und während ihr das intro läuft erkläre ich euch auch ganz kurz warum wir mit pc anfangen weil eigentlich wollte ich mit playstation anfangen bei der playstation ist es so wenn ihr fallout installiert habt dann lädt er automatisch einen ungefähr 45 gigabyte großen patch genau wie auf pc und ich bin davon ausgegangen das ist schon das netz next gen upgrade aber pustekuchen ihr müsst dann noch mal auf eure bibliothek gehen wo ihr fallout angezeigt bekommt dann geht ihr über den shop und rechts dann ist eine kachel und das ist dann das ps5 upgrade und dieses upgrade wiederum hat ungefähr 60 gigabyte und das müsst ihr euch runterladen wenn ihr playstation 4 fallout zuvor auf der playstation 5 gezockt habt das läuft jetzt parallel im hintergrund noch mal der download und deswegen fangen wir jetzt mit pc an ich habe jetzt gerade zum ersten mal gestartet und wir gucken mal wie es ausschaut die mods sind ein problem dadurch dass da natürlich alles neu gemacht wurde werden die meisten mods nicht funktionieren eventuell gar keine ich weiß nicht genau wie sich das dann auswirkt wenn ihr krass gemoddet habt und dann auch irgendwelche gegenstände dort in der welt verbaut habt und so die dann einfach nicht unterstützt werden müssen müsst ihr dann selber für euch mal gucken hier auf dem pc habe ich nur einmal eine mod installiert für diese neue ki text to speech geschichte die wir neulich gezeigt haben gibt es auch ein video für auf youtube und ansonsten sind hier nicht weiter mods drauf und deswegen hoffe ich glaube ich dass wir keine probleme bekommen die gole ist auch da hallo ich habe mal geschaut es gibt widescreen und ultra widescreen support jetzt für die pc version aber das können wir eigentlich auch jetzt weg klicken das ist ja schon alles das ist ja nicht neu oder kurz zusammenfassen worum die story geht die story okay das können wir relativ schnell zusammenfassen wir sind ein charakter der vor dem krieg schon gelebt hat und wir haben mit unserer familie in einer stadt namens sanctuary hill gelebt ich meine es heißt und wir haben auch einen platz in dem wort gebucht das erfahren wir glaube ich sogar jetzt gleich beziehungsweise das erfahren wir jetzt gleich denn wir machen uns einen charakter der hübsche man man kann hier schon auch lustige geschichten nachbauen ich glaube in dem pitiful display hast du bob ross gebaut oder so ich weiß nicht mehr genau man kann hier und dann kann man natürlich jetzt hier da ein bisschen also das ist jetzt nicht so dragon's dogma krass aber das ist halt auch zehn jahre alt dieser part und da könnte ich jetzt ein bisschen die nase bearbeiten mit meinem mausrad ein bisschen reinfahren oder rausfahren aber ich finde wir müssen jetzt hier gar nicht so viel zeit mit dem charakter verbringen weil man ehrlich gesagt ihn auch kaum sieht aber nur mal so für alle die das spiel nicht kennen ich könnte jetzt auch die frau spielen und ja facial herr könnten wir noch ändern ihr seht also das ist ein klassischer charakter editor der aber auch ist dafür dass es wirklich zehn jahre alt ist hier können wir dann noch die natürlich dementsprechend bisschen dick machen oder dünn machen oder was auch immer aber das wollen wir nicht wir sind ja schon ein krasser typ ist muss ja auch ein bisschen nach mir aussehen und ich bin halt einfach groß und stark das kommt so über stream gar nicht so rüber aber viele jahre bodybuilding haben mein körper einfach zu einer kompletten maschine gemacht ich würde mal vorschlagen weil ihr das kennt und das nicht neu ist dass wir diesen charakter jetzt mal so wie er ist bestätigen und okay wir haben noch diese mantella drin nicola ich hoffe mal das ist kein problem bestimmt nicht so und das ist hier unsere wohnung in sanctuary hills und das fand ich so geil weil ich mich immer gefragt habe nach endlosen stunden im ödland wie die welt wohl vor dem bombenfall ausgesehen haben mag weil natürlich ist fallout 4 nicht das erste fallout spiel was man gespielt hat in aller regel sondern hat alle endlose stunden in fallout 3 und fallout new vegas mindestens mal eventuell auch fallout 1 und fallout 2 verbracht und dann jetzt mal hier zu sehen wie das halt so war im alltag das fand ich damals so richtig geil wirklich zu sehen okay so dass diese amerikanische vorstadt idylle genau hier können wir grognak schon nehmen beziehungsweise später wenn wir wiederkommen die bringen uns perks ich weiß gar nicht genau ob wir auch der fernste sind das auch gut und draußen läuft auch schon der vertreter rum von voltech genau der klingelt gleich ich weiß gerade gar nicht ob wir hier ist auch noch irgendwas irgendwas wir dann noch aufsammeln können das war das sogar ein bubble hat genau das müssen wir uns dann nehmen your special das machen wir später das ist unser sohn sean der da eingemuckt liegt ja das fand ich schon ziemlich geilen auftrag jetzt müssen wir mal warten gleich kommt nämlich der heini und klingelt bei uns und will uns einen platz im wald andrehen wir können derzeit mit nora sprechen kannst du auch die untertitel aktivieren was können wir aktivieren untertitel vielleicht noch ach so das ist vielleicht eine ganz gute idee müssten wir eigentlich mods naja mal gucken wir mal audio ich glaube bei ui also display glaube ich display ich kann es ja doch genau subtitles general ne dialog ok machen wir mal general an genau ja ja ist ok müssen wir sonst irgendwas einstellen chat oder passt das alles ich hoffe das passt alles was passiert also der krieg ist ja fängt gleich an und dann wir werden es ja auch sehen also vor allem die das spiel noch gar nicht kennen die vielleicht erst über die serie zu vor ort gekommen sind die will ich natürlich nicht freuen aber es ist ja auch zehn jahre jetzt geht es los das ist auch leider zwar von englisch aber ich glaube ich könnte ja den so was wollte Vault-Tec Urgency? Now, I know you're a busy fellow, so I won't take up much of your time. Time being a precious commodity. I'm here today to tell you that because of your family service to our country, you have been pre-selected for entrance into the local vault. Vault 111. Okay, sounds great, enough space. But there's room for my entire family, right? Of course, of course. Minus your robot naturally. In fact, you're already cleared for entrance. It's just a matter of verifying some information. Don't want there to be any hold-ups in the unforeseen event of total atomic annihilation. Won't take but a moment. Then, uh, let's go. Tell me more about this vault. Oh, it has all the amenities of the modern home, I assure you. Not to mention total protection from nuclear radiation and hostile mutants. A better future underground. It's not only our mission. Yeah, er sagt schon for hostile mutants, als wenn er wissen könnte, wie sich das alles entwickelt. Aber okay, let's go. Sure, let's do it. So, jetzt fangen wir erstmal an mit einem Namen. Natürlich ist es Wilbald. Und, ähm, jetzt müssen wir uns unseren Charakter aufbauen. Also, ich finde, Charisma ist sehr, sehr wichtig. Warum? Weil das Dialogoptionen gibt oder nicht? Warte mal, Name ist doch schon hier Wilbald. Ist doch okay. Was ist los? Ähm, genau. Charisma ist für mich somit das Wichtigste. Weil ich finde, dass die meisten Sachen kann man irgendwie lösen, zur Not mit Skill oder so. Ähm, wenn man nicht genug Perception oder Endurance hat. Ähm, wenn man nicht genug Agility hat oder Strength. Das kann man irgendwie lösen. Aber Charisma gibt einem Dialogoptionen, die dann entweder zur Verfügung stehen oder nicht. Deswegen ist das für mich somit der wichtigste Perk. Bei Fallout war, äh, immer, ist Intelligenz immer deshalb auch wichtig, weil man dann mehr Erfahrungspunkte bekommt. Äh, steht unten auch, Endeffekt, the number of experience points earned. Das heißt, ich level einfach schneller. Auch das ist zu verschmerzen, wenn man halt langsamer levelt, weil man nimmt sich bei Fallout natürlich Zeit. Aber ich finde schon, dass das nicht zu unterschätzen ist. So, ähm, dann Strength ist wichtig für Builds, die natürlich in den Nahkampf gehen. Aber es ist auch wichtig, wie viel man schleppen kann. Und bei Fallout will man viel schleppen können, ähm, weil man halt auch die ganze Zeit Sachen sammelt, die man dann später verwertet an irgendwelchen Scrap Stations. Sodass man permanent Ausschau hält, ja, da ist Aluminium, da ist das, da ist das. Und das will man dann einfach im Inventory mit dabei haben. Deswegen ist es nicht unwichtig, selbst wenn man nicht vorhat, im Nahkampf zu spielen. Ähm, kann man aber auch mit Perks später alles noch machen. Und das Gute ist, man kann auch mit Level, also nach Level-Ups jeden einzelnen Haupt-Perk leveln und so theoretisch überall auf 10 Punkte kommen. Das kostet natürlich dann andere coole Perks, die man dann nicht kriegt. So, Perception ist sozusagen, also ist Wahrnehmung. Das heißt, wie, wie sehr sehe ich, ähm, meine Feinde und, äh, wie hoch ist die Genauigkeit in diesem Vets-Aiming-System? Finde ich auch schon sehr wichtig. Ähm, Endurance ist wichtig, weil das sind die Action-Points. Und die Action-Points sind zum Sprinten wichtig, aber auch gerade beim Vets, bei diesem Ziel-System, wie viel Schuss kann ich unterbringen? Und das kann einem schon mal das Leben retten. Ähm, deswegen ist Endurance auch nicht unwichtig. Agility ist, ähm, wichtig, weil es die, äh, Anzahl der Vets-Points, äh, beeinflusst. Aber ich meine, warte mal, ganz kurz, Endurance. Genau, the Action-Points, ach so, okay, das ist nur Sprinten. Ah, okay, ähm, muss ich korrigieren. Endurance beeinflusst sogar nur die Action-Points beim Sprinten und dann ist Agility ist das, was quasi die Gesamtzahl der Action-Points im Vets beeinflusst. Ähm, ja, Luck kann man immer machen, das beeinflusst Critical Hits. Hm, sind natürlich wichtig, Critical Hits, aber, ja. Machen wir mal ein 3 auf Luck, das kann man alles später noch nachholen. Ähm, dann gehen wir noch, nee, nicht Intelligent, gehen wir mal auf Charisma noch ein bisschen hoch. Ich mache mal Charisma auf 7 und den Rest lasse ich jetzt einfach mal so und dann werden wir später noch, äh, weiterleveln können. Hm, 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 hm. Gut, dann akzepten wir das. Wunderbar, das ist alles. Äh, ich werde nur das nach dem Valsch. Congratulations auf der Zukunft vorbereitet. Ähm, danke wieder. Hey, es ist ein Geheimnis. Das ist wertvoll. Ein kleines Papierwerk, richtig? Für dich und Sean, kein Preis ist zu hoch. Haha, gute Antwort. Ich habe meine Momente. Oh, Sean weint. Sean wieder! Press X to Sean. Ja. Aus, wo war das? Weiß ich nicht, woran du redest. Heavy Rain war das. Oh ja. Ich muss dann auch Sean rufen. Ja. Press X to Sean. Das ist natürlich jetzt wichtig, äh, weil wir uns eine Bindung aufbauen müssen. Will jetzt die Story nicht zu sehr vor, vorweg nehmen, aber ja, das wollte ich ja gerade schon machen. Hier, das, ich habe das Spiel tatsächlich einmal erst so richtig angefangen zu spielen und dann halt 300 Stunden gespielt oder mehr. Aber ich habe den Anfang, also ich habe alles einmal erlebt sozusagen und nicht alles zehnmal. Deshalb habe ich auch viel vergessen. Ich glaube, wir können uns ein bisschen nach dem Park gehen, aber das Wetter sollte sich aufhören. Ähm, klingt Spaß? Ja, klingt Spaß. Sir, Mom, du sollst das kommen und sehen. Codsworth, was ist falsch? Oh, oh, Codsworth. Ähm. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, we, we need to get to the vault. Now! I've got Sean. Let's go. Das war ein geiler Anstieg. Ja. So ein Glück, dass wir gerade unterzeichnet haben. Können wir nur hoffen, dass er vor uns im Vault war. So, und merkt euch mal, wie das hier aussieht. Da sind die Soldaten, weil, ähm, wir werden natürlich hier nochmal zurückkehren, Aber dann wird alles anders aussehen. Oben sieht man diese Kopter da in der Luft. Aber das ist halt dieser Bruch, ne? Also die Welt ist ja wirklich schön. Das ist ja ein ganz idyllischer Ort hier. Und er winkt uns weiter. Aber nur die Wolken, die sind hier. Der Verkäufer? Das ist der Verkäufer, ja. Der darf nicht rein. Der arme Typ, ey. We need to get in. We're on the list. Powerarmor, ist er da. Ja, da ist die Powerarmor. Können wir eben den Kern rausnehmen? Leider nicht. Was ist eine Maschinenkant in deinem Kopf? Da stehen sie alle. Ich weiß nicht, er darf wahrscheinlich rein. Da ist auch Vault-Tag, aber... Er ist der nochmal? Birdy Bird? Ja, Birdy Bird, genau. Da ist gar keiner drin. Ich hätte gedacht, da wären jetzt wichtige Leute eingeflogen. So, hallo Leute, hallo Nachbarn. Hallo liebe Mitmachende. Almost there. We're gonna be okay. I love you. Both of you. We love you too. Oh my God! Oh, oh, shit! Los, senk die Plattform ab! Ja, das war knapp, oder? So zu dem Thema, alle Security-Leute haben es, glaube ich, nicht ganz rechtzeitig geschafft. Nee, da haben so einige haben es nicht rechtzeitig geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir sind okay. Everyone, please step off the elevator and proceed up the stairs in an orderly fashion. No need to worry, folks. We'll get everyone situated in your new home. Yeah, so cool, so viele Details. Mmh. A better future, underground. So we just... Yes, up the stairs. I can't believe it. If we left a minute later... No, no, don't get caught up thinking about that. You're safe now. Everyone, just head up these stairs. And come to the door there. What's going on? The overseer, that's what we're doing now. Den lang, yeah. Genau, yeah. It's just so crazy, man kann sich komplett da so reinversetzen in, was die gerade fühlen müssen, aber wenn man weiß, was so generell in der Welt abläuft, sieht man auch so, wie vorbereitet die sind, ne? Also das ist alles kein Zufall, so die... Die sind alle ganz ruhig und verfolgen ihren Protokollen. Beine haben wir immer noch nicht. Over there, take a suit. Äh, thanks. What now? Just follow the doctor here. He'll show you where to go. Alright, you three. Follow me. Okay. See? It's down the hallway right there. This is our new home. Oh, you're gonna love it here. This is one of our most advanced facilities. Not that the others aren't great, mind you. It's gone. Das mochte ich auch an Fallout 3, dass man das Leben im Vault mal miterlebt. Ja. Das ist auch super. Und man sieht natürlich auch, wie geil die Serie das umgesetzt hat. Ah, richtig gut. Ja. Ich glaube, vor Fallout 4 kam ja noch Fallout Shelter raus, das Handy-Spiel. Das kam als Release-Gimmick sozusagen, zwischen Announcement und Release. Ja. Und ab und bis zum Release, das war schon echt toll. Hey there. Step into the chamber, whenever you're ready. So, jetzt sollte man misstrauisch werden, weil wir haben gedacht, der führt uns zu unseren Räumlichkeiten, wo wir jetzt leben können. Aber wir müssen jetzt hier so reinsteigen. Und das ist natürlich jetzt erstmal komisch. Aber es wird uns als Decontamination-Pod verkauft. Also wir werden jetzt erstmal dekontaminiert. Also alle Krankheitserreger und so weiter werden jetzt abgemurkst. Wir müssen dich pressurieren, bevor wir deeper in den Wald gehen. Just relax. Time for a whole new life. Resident secure. Occument vitals normal. Procedure complete. In. Five. Four. Three. Two. One. So, von wegen, ähm, kontaminieren, dekontaminieren. Das ist natürlich eine Kryokammer. Und das wussten wir aber nicht. So, von wegen, ähm, kontaminieren, dekontaminieren, dekontaminieren. Suspenden. Ja, was ist los? Hallo? This is the one. Here. Der Typ A. I'm not giving you money. I'm not giving you money. Jo, ähm, muss man sich mal kurz reinversetzen in die Situation? Schon krass. So, wir haben jetzt keine Ahnung, was passiert ist. Wir haben keine Ahnung, wie viel Zeit vergangen ist. Alles, was wir wissen, ist. Unser Sohn wurde entführt und die Frau wurde erschossen. Also es ist auch sein, ich meine, der hat kein Zeitgefühl, ne? Aber die Bomben fallen, er steigt hier runter, dann passiert diese Geschichte. Also das nenne ich mal relativ viel Stress. Ja, wir kriegen ja leider nichts mehr auf hier. Wir können anderen Leute nicht retten. Aber wir versuchen es natürlich, aber ihr seht, es steht alles nicht. Die ist leer. Terminal. Mal gucken, ob wir hier noch irgendwas machen können. Primitive Termination, Resulting System Failure, Isolated Manual and Remote Overrides Detected, Controls Disabled. Ich lese mir das natürlich, wenn ich für mich selber alleine spiele, lese ich mir das alles durch, weil ich das total spannend finde, auch die Welt kennenzulernen und zu schauen, was da so hinter den Kulissen passiert. Guck mal, da ist schon jemand. Ne, doch nicht, ich dachte, da steht jemand. Hier sind noch mehr von diesen Cryo-Dingern. Und ich finde, wenn man das auch selber spielt, muss man sich die Zeit einfach nehmen, das alles durchzulesen. Hier, die kriegt man, ich glaube, die gehen alle nicht auf. Ziemlich sicher. Hier kann man nochmal gucken, wer da alles drin ist und wie es denen so geht. Und woran die gestorben sind. Life Support Failure, das wird eigentlich, ich weiß jetzt gar nicht, was bei unserer Frau gestanden hätte, das haben wir jetzt ja gar nicht gelesen. Aber da sieht man, ach ey, wer da alles drin steckt und ich weiß nicht, ob da vielleicht noch ein kleiner Gag verbaut ist und bei irgendjemandem eine andere Todesursache steht. Aber das ist halt die Situation, die funktionieren alle nicht mehr. Irgendwas geht hier ja auch richtig den Bach runter, die Bewohner des Vaults sollen ja auch evakuieren. Ähm, was haben wir hier noch? Inaccessible, okay, da kommen wir nicht rein. Wir können uns mal so einen Schraubstock hier als Waffe nehmen. Und ich muss mal die ganzen Steuerung dann auf PC nochmal draufkriegen, weil ich das ja nur auf Playstation gezockt habe bislang. So, hier geht's. Hier müssen wir natürlich immer alles looten, alles gucken, jeden Terminal mitnehmen. Ich übertreib's jetzt nicht, aber wie gesagt, wenn ich's alleine spiele, dann nehm ich mir das auf jeden Fall. Ähm. Confidential, confidential, confidential. Security eyes only violation. VTP. 01011. Vault-Tec protocol heißt VTP vermutlich. Vault 101 is designed to test the long-term effects of suspended animation on unaware human subjects. Security staff are responsible for maintaining installation, integrity and monitoring science staff activity. Under no circumstances are staff allowed to deviate from assigned duties. In subordination or interference with vault operations are capital offenses. Security staff are authorized, 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 to use lethal force. Also, ähm, wenn man die Serie kennt, dann, oder nur die Serie kennt, dann weiß man es ja auch schon so ein bisschen. In jedem Vault ist irgendeine andere Form von Experiment, was durchgeführt wird. Es geht also nicht um den Schutz menschlichen Lebens oder so, sondern es geht wirklich darum, irgendwelche perfiden Experimente durchzuführen. Und in unserem Vault 101 ist das Experiment eben diesen Kälteschlaf zu studieren. Und hier in diesen Texten steht das dann immer alles drin. Ich werde jetzt mal ein bisschen schneller machen und die nicht alle lesen, weil ich glaube, dass vielleicht das für euch auch nicht so das Interessante ist. Wir sind ja eigentlich auch hier, um das Add-on mal in den Augenschein zu nehmen und nicht jetzt nochmal in allen Details die Story zu erleben. Das ist eh alles auswendig, von daher, kannst du eh alles rezitieren. Wenn ihr Fragen habt, fragt Nils, dann kann ich alles erklären. So, guck mal, da ist es, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie komme ich hier in, was ist Q? Nee, Tab ist. Achso, du meinst, wo, äh, hier, äh. Hab ich überhaupt meinen Pip-Boy noch an? Q? Nee, den musst du noch einsammeln, der liegt am Eingang. Ja, okay, weil ich dachte, ich kann schon meine, okay, das ist, äh, Third Person. Das ist V, genau. Ich habe ja einen, äh, einen Wrench mitgenommen, den kann ich aber nicht. Achso, willst du zum Ausrat vielleicht? Nee. Ah, dann zuhauen. Inventar gibt es erst mit Pip-Boy. So, Cafeteria, da gibt es auch wieder. Das war auch früher cool, man konnte das, äh, Pip-Boy, glaube ich, aufs Handy legen mit einer App und konnte den darüber bedienen, wenn man gespielt hat. War nicht schlecht. Das war extrem cool. Aber man sieht hier schon alles verrostet und so, ne? Also, da, da, die Zeit kann man jetzt ablesen anhand des Interieurs. Das ist auch krass, das hat man ja vorher gesehen und wie es jetzt ist. Auch ein schöner Unterschied. So, das ist natürlich immer geil, äh, Overseer, Memo und so weiter. Oh, ein Playtape noch. Äh, denn es gibt überall so Minispiele. In dem Fall ist es halt Donkey Kong, die man darauf spielen kann. Das ist halt 1 zu 1 Donkey Kong. Ähm, ich mach's jetzt einmal aus, Gag. Einfach nur, weil es ist so superlustig. Kann man auch auf so einem Pip-Boy spielen, oder? Was meinst du, wie weit kommen wir? Ja, durch. Erster Level ist easy. Na? Oh, 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 oh. Was? Äh, nee. Ich nehme alles zurück. Na gut, äh, aber wir wollen das jetzt ja nicht spielen. Quit-Game, yes. Kannst du das Holotip klauen, oder? Mann, ey, das... Ja, das Bedienen ist ja nicht so... Ja, genau, mit der kannst du das Holotip klauen. Können wir das jederzeit irgendwo spielen? Ja, das ist mal gut. Es gibt eine Top-Ten, da ist 100% wieder irgendein Gag versteckt. So, das ist wieder, ähm, eine Nachricht des Overseers. Okay. Aber wir haben es schon in der Release-Version. Also, jetzt gerade, wo es im Chat gefragt wird, ja, das konnte man auch schon zum Release-Spielen. Okay, warte mal, ist da noch eine Cap-Box? Nee, das ist eine Hotplate. Äh, die muss ich das jetzt nicht. So, dann gehen wir hier weiter. Gefährlich. Bei Fallout 3, ähm, ey, lebt man ja noch eine Weile im Vault. Und bekommt so den Alltag mit und die Charaktere und so weiter. Das finde ich auch ganz geil. Wie heißen die Tunnel-Ratten? Tunnel-Snakes. Snakes waren es, ja, stimmt. Tunnel-Snakes. We are the Tunnel-Snakes. Wo er den Test noch machen muss, der, ah, die ganze, und die Geburtstage, damit er die tat, das war schon ziemlich cool. Waffentraining. So. Jetzt habe ich hier ein bisschen vermisst, dass das gleich hier, gleich abgeht. Okay, ja, das stimmt. So. Hammer. Stimpacks nehmen wir natürlich mit. Da liegt der Dauberseer. Da ist er Dauberseer. Ja. Was ist hier passiert? Wo ist jeder? Ja. Das ist Overseer's Terminal. Da sind natürlich die meisten Geheimnisse dann auch immer versteckt. Da sieht man dann seine Instructions. Genau, und da steht das gleiche auch nochmal drin. Das ist ja das gleiche, was wir schon gesehen haben. Dann sehen wir, das Log ist auch mal total interessant, weil da steht jetzt der ganze zeitliche Ablauf. Man sieht schon, der letzte Eintrag ist Mutiny. Es fängt an mit Vorbereitung, Preparations. Oh, aber a few of the residents down in Sanctuary Hills have been enrolled and several from Concord as well. Vault-Tec Supervisors came up this week to do a technical review with me. The vault is ready to open. Das müsste der Tag sein, an dem die Bomben fallen. Ja, it's happened. We were lucky that most of the staff was nearby when the early warning came through. We had less notice than expected, but only Nordhagen was missing when we sealed the entrance. Ja, vielleicht treffen wir Nordhagen nochmal. System malfunctions, supplies running low, and I'm ending the mutiny. A faction led by the security personnel have turned on me, demanding they be allowed to leave the vault. Idiots, I will not open the door to be irradiated to death out there. I'm consolidating the remaining supplies, putting the staff on lockdown. We're going to have to start prioritizing who deserves what little food we have left. I've been too damn generous with the rations. If people don't like it, well, there's fewer mouth to feed. Genau, und sein Mund ist auch nicht mehr. zu füttern. Open Evacuation Tunnel. Das erklärt aber auch, wie die Raider hier reingekommen sind. Ja. So, das ist offen. Und das stehen da noch Sachen. Ja, da steht das auch nochmal. Okay, also das ist die Tür, durch die wir gleich abhauen müssen. Schauen wir mal kurz. Hier waren wir schon drin? Zigaretten. Was der YouTube-Chat gerade schreibt. Was? Ja, YouTube-Chat ist, oder Sui aus dem YouTube-Chat schreibt, Fallout 3 wirst du richtig geboren als Baby. Das ist ein bisschen mehr imersiver für den Anfang. Ja. Aber ich finde, Fallout 4 hat auch einen entsprechenden Wow-Effekt. Vielleicht zu Beginn eben, dass du die Explosion live mit erlebst. Das war ja bisher noch nie so. Ja. Kein Fallout. Nice. Das müssen wir uns merken. Das können wir nämlich hier leider noch nicht rausholen. Da hätten wir jetzt anders leveln müssen. So, weiter geht's. Hier sind überall diese Roaches. Wie kann ich denn jetzt meine Waffe hier ziehen? So, okay. Wir haben noch kein Vets-System. Das heißt, wir können jetzt noch nicht Wets nutzen. Ich bin dir hier schon beigebracht, Wets. Das ist ja interessant. Obwohl du es noch nicht nutzen kannst. Du hast gerade eben mit Kuh gezeigt, dass du es nutzen kannst. Das geht trotzdem noch nicht. Oh, doch. Ja, doch. Ah. Ah ja, doch. Okay. Hey, hör auf. Du hast dir das hier mal alles erklärt, wie das passiert? Wie du das trotzdem kannst? Oder wie das in die Lore passt, dieses System? Äh. Ja, das ist ja über den Pip-Boys und whatever. Okay. Sie mussten es halt machen, weil es halt kein Shooter ist, ne? Wenn ihr es noch nicht kennt. Jetzt kann man, also die Zeit läuft weiter, aber in Zeitlupe. Und man kann jetzt verschiedene Körperregionen anwählen. Na klar gibt es welche, die sind ein bisschen tödlicher als andere. Dafür ist halt, die Zahl zeigt an, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich treffe. Deswegen nehme ich natürlich jetzt hier den Torso. Und dann kann ich, ähm, mit jedem, äh, also kann ich jetzt überlegen, wie oft ich schießen will. Und das, äh, hängt halt davon ab, wie viele Aktionspunkte ich habe. Und das wiederum hängt von unserem Agility-Wert ab. Und ich mache jetzt einfach mal zwei. Und, äh, dann machen wir Accept SE in dem Fall. Und dann kommen hier diese geilen, das habe ich ja bei Fallout 3 auch schon immer so geliebt, wenn dann diese Kamerafahrten kamen, wenn du mit einer Hunting-Rifle einen Tunnel auf, ähm, Jagd gegangen bist, die ganzen Ghoul auszulöschen. Und dann stehst du da in der dunklen Ecke und dann kommt diese Kamerafahrt, wie die Patrone dann in den Kopf des Ghouls zischt. Das ist schon nice. Ähm, ey. Oh, guter Call aus dem YouTube-Chat. Äh, das kann sein, dass es vielleicht noch Überreste von Fallout 1 und 2 sind, dieses rundenbasierte Kampfsystem. Das gab es ja auch in 1 und 2. Ah ja. Das ist wahrscheinlich einfach auch in die 3T-Teile übernommen. Das kann gut sein. Warte mal, waren wir, wir kamen ja hier raus. Damit habe ich letztens auch mal angefangen mit Fallout 1. Das macht echt Spaß. Ja. Lass ich mal kurz gucken, waren wir hier, äh, waren wir hier schon noch, oder? Ja, ja, ich glaube, hier sind ja diese Cryo Chambers, genau. Das müsste jetzt einfach offen sein. Ich glaube, dann passen wir jetzt hier raus. Die Tür war von der einen Seite aufmachbar, deswegen. Ja, wir erinnern uns, ja, wir erinnern uns ja an die, da ist der Pip-Boy, jetzt kriegen wir den. Genau. Massen wir die Hand raus. Das ist der Eingang, durch den wir vorhin sind. Und da waren ja die Cryo Chambers auch direkt am Eingang. Ich kriege auch die Szene aus dem Film, die auch 1 zu 1 nachgestellt haben. Das fand ich extrem cool, wie die Tür geöffnet wird. Ja. Und gleich kommen wir raus und dann wird man hoffentlich auch ein bisschen mehr noch dann erkennen können. Ich glaube, man kann auch nochmal ändern, ähm, irgendwann, ob man die Verteilung so... Genau, kurz vor dem Verlassen kannst du nochmal, bist du nochmal gefragt. Genau, Radio machen wir aus, weil wir sonst geclaimed werden. Und, ja, gehen wir mal raus. Okay, jetzt machen wir auf. Activate. Fault-Door-Cycling-Sequenz initiiert. Bitte, bitte, stand zurück. Beep. Beep. Ach so, nice. Ich muss sagen, ich fand den Auftakt bei Fallout 3 besser. Also, das ist zwar super geil gemacht hier mit, äh, dass man Pre-War erstmal erlebt und dann, wie einem das Kind geraubt wird und so. Das ist schon wirklich gut gemacht, finde ich. Aber was ich an Fallout 3 besser fand, ist, dass man wirklich diese Zeit in der Vault hatte. Und dort Charaktere kennengelernt hat, Dialoge, man hat einen Geburtstag gefeiert und so. Ähm, und das fand ich nice. Das geht hier relativ schnell, dass man aus dem Vault rauskommt. Man sieht hier nicht wirklich die Wohnquartiere oder, ähm, ja, verbringt hier irgendeine Form von relevanter Zeit. Das habe ich auch ein bisschen vermisst hier nochmal ein bisschen die Lore. Oder es wirkt alles sehr gehetzt hier unten, dass man hier rauskommt endlich ins Lütland. Das war bei vor 3 ein bisschen entspannter. Ja, aber hier ist natürlich die Story auch klar. Ja. Was ist so cool ist. Dieser Moment, wenn man dann zum ersten Mal rauskommt, das ist halt hier. Ja, das war ikonisch. Genau, jetzt können wir hier noch Sachen ändern. Wir können jetzt wirklich nochmal in die Specials gehen und sagen, ah, was, äh, wieso habe ich denn jetzt, war das eine dumme Idee, dass wir, ähm, sieben auf Charisma gegangen sind. Ja, das ist, das ist schon okay, weil wir, es beeinflusst übrigens nicht nur die Dialogoption, sondern auch die Preise, ne? Nur sieben ist die Frage. Warum nicht mehr? Meinst du? Warum nicht alles auf Charisma? Also du bist Nils, also, oder zumindest ist es Wildwald. Ja, das stimmt, ist es Wildwald. Und Wildwald, Botterberg, all auf Charisma. Aber wir wollen ja auch ein bisschen spielen noch, ne? Also wir wollen ja auch ein bisschen. Das darf nicht zu einfach sein. Ja, 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 ja. So, wir machen das Finished, Exit, Reward. Stimmt, in 76 gibt es kein gut, kein gutes Intro, das stimmt. Hast du, was ist das Intro von 76 noch? Weiß ich gar nicht mehr. Da wirst du einfach durch die geschleift. Nee, da läufst du durch. Da sind überall so, ähm, wie nach einer Feier, da liegen überall so Hütchen rum und so weiter. Und dann nimmt man sich da aus einer Box seine Sachen und so. Na gut, deshalb bekommst du die Person nochmal, das ignorieren wir jetzt einfach mal. Ähm, okay. Das ist für die Mod, das können wir ignorieren. Wir hatten ja dieses Text-to-Speech-Mod drauf. Und das ist jetzt auch dieser Unschärfe im Moment, dass die Augen sich erstmal dran gewöhnen müssen. Und das ist schon geil gemacht, weil, ähm, jetzt dieser Schock-Moment, fuck. So, das ist unser Zuhause und wir waren da gerade noch drinnen und alles war schön. Und es ist einfach alles komplett zerstört. Und für uns sind ja gerade mal fünf Minuten vergangen. So, das ist halt dieser ikonische Fallout-Moment, den es ja eigentlich in allen Teilen mehr oder weniger gibt, dass man jetzt so dieses Wasteland erblickt. Und das war für mich in Fallout 3 so ein geiler, epischer Gänsehaut-Moment, dass man dann irgendwann aus diesem Vault rauskommt, nachdem man wirklich längere Zeit dort drin war. Und überblickt dann so das, äh, Wasteland. Und die Zeit hat sich weiter bewegt. Es gibt überall Raider. Und ich weiß auch genau, bei Fallout 3 bin ich dann erstmal völlig ahnungslos, äh, ins Wasteland getappt und bin dann in so einen super-duper-Market rein und da waren dann auf einmal super viel Raider und so. Das war so unheimlich und gut gemacht, einfach nur. Ähm, aber das ist hier auch okay. Aber nichts wird jemals wieder so sein, wie beim ersten Mal. So, ich nehme jetzt die Zigaretten einfach mit aus dem Grund, weil die nichts wiegen und sehr viel Geld bringen. Also die wiegen ein bisschen was, aber halt für ihren Preis. Die haben ein sehr gutes Gewicht-zu-Verkaufswert-Ratio. Ich glaube, bei Fallout 76 gab es mal den Gag, dass die die Haarnadeln zu schwer gemacht haben und dann wurde Todd Howard mal eine Packung Haarnadeln geschickt mit einem Zettel. Hier, wiegt das mal. Ist das dein Ernst? Also das ist, glaube ich, reduziert. So, ähm, herzlich willkommen im Wasteland. Bilde ich mir das ein oder ist hier dieser Lichtbrechungseffekt auch neu, oder? Ich glaube, da ist durch die 76 Engine dazu gekommen. Durch das Engine Update. An den kenne ich auch nur aus 76 die ganzen Lensflares und Raytracing ist es wahrscheinlich nicht ganz. Ist nicht neu, ah, okay. Ist neu, okay, dann gab es das vorher schon. Aber das ist so ein 76 Ding, was ich vorhin im Kopf habe, halt diese, die neue Grafik, in Anführungszeichen. Aber also, ich meine, man kann sich auch viel einbilden, aber ich bilde mir ein, ich habe es nie auf PC gespielt, muss ich sagen. Aber wenn ich jetzt davon ausgehe, dass auf PC die Framerate auch eher schlecht war, dann, ich bilde mir schon ein, dass es ein bisschen framier... Echt? War die schlecht? Ich habe es ja nie auf PC gespielt, ich weiß es nicht, aber auf... Achso, ich glaube nicht. Ich hatte die 60 FPS, hatte ich eigentlich... So, das ist Codsworth und das ist unser Haus. Es ist... Es ist wirklich du! Das ist mein Häuschen. Leo Mastro ist wieder da, also ich komme zurück. So, what happened? Der erzählt uns das jetzt. Codsworth. What happened to the world? The world, sir? Well, besides our Geraniums still being the envy of Sanctuary Hills, I am afraid things have been dreadfully dull around here. Things will be so much more exciting with you and Mrs. Beck. Where is your better heart, by the by? Um... They came into the vault. Maybe you saw them, armed, wearing strange outfits. Only Miss Rose's boy running around in his Halloween costume. More than a week early. I swear, the nerve of that woman leaving her brat unsupervised. Ha ha, not like this family, sir. You and the Mrs. have always been such a responsible couple. Where is she, by the by? Uh, yeah. They... They killed her. Sir, these things you're saying, these terrible things, I believe you'll need a distraction. Yes, a distraction to calm this dire mood. It's been ages since we've had a proper family activity. Checkers. Or perhaps charades. Sean does so love that game. Ha 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 ha. Is the lad with you? Sean's been kidnapped. But I'm going to find him. I'm going to get my son back. It's worse than I thought. Hm? You're suffering from hunger induced paranoia. Not eating properly for 200 years will do that, I'm afraid. Ja, der Roboter ist natürlich komplett überfordert mit allem. 200 Jahre? What? Und ist halt seit 200 Jahren allein hier und rostet. Oh, give a tag a little for the Earth's rotation and some minor things to the old chronometer. Ha ha ha. That means you're, uh, two centuries late for dinner. Ha 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 ha. Perhaps I can whip you up a snack? Ha ha ha. You must be famished. Äh, und diese Gesprächsoption jetzt, you okay? Ich glaube, die kommt nur, weil ich jetzt hohes Charisma habe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Codsworth. Steht hier gerade oben links. Ist glaube ich schwieriger, die zu schaffen. Ah ja, okay. Ja, rot ist quasi fast unmöglich. Aber gut, die können wir jetzt machen wegen Karma halt. Äh, Charisma. Ich glaube, im Vorher 3 wurden noch die Prozente angezeigt und hier haben sie es ein bisschen geändert. Hier geht's out, nuclear fallout from vinyl wood. Nothing! And don't get me started about the futility of dusting a collapsed house. And the car. The car. How do you polish rust? Was wissen Sie, Codsworth? Holotape? Der Herr kann das halt nicht verarbeiten, was ich ihm gerade erzählt habe, bezüglich der Familie. Dr. Dorian, Grastron und Maestro de la Fue, vielen Dank für den Support, Leute. Hast du nichts gefährliches gesehen? Oh, nur das usual, Sir. Pesky-Näberhut-Dogs und Mosquitos. Darf ich unterscheiden? Ja. Okay, lege den Weg. So, jetzt haben wir bei uns im Haus natürlich, achso, ja, er haut ab. Wir gehen aber nochmal in unser Haus rein, das ist unser Haus, das, was davon übrig ist. Und hier liegen ja noch, also erstmal da der Barbar. Critical hits with unarmed and melee attacks permanently do 5% more damage. Ist natürlich, wenn man das nutzt, Nahkampf nutzt, ist das schon ziemlich geil. Machen wir eher nicht. Dann haben wir hier, äh, Mr. Handyfuel können wir mitnehmen. Bottlecabs. Jo, okay, ich glaub, er räumt auf. Er macht die ganzen Viecherplatte hier rumlaufen. Ich bin hier aber noch nicht fertig, denn wir haben hier noch, ähm, dieses, lag hier noch nicht, oder ist das jetzt weg? Ich dachte, wir können das Buch hier noch nehmen. I'm coming, buddy. Ah, geht auch nicht mehr. Board Game. Da, doch, da unten, das ist. So. Und jetzt können wir hier noch eine weitere, ähm, Fähigkeit verbessern. Wir nehmen natürlich jetzt Charisma, dann sind wir auf Charisma 8. gar keine bewusste Entscheidung, das ist es manchmal. Ich hab da ehrlich gesagt gar nicht dran gedacht, weil ich damit beschäftigt war. Das war von der Mod, glaub ich, noch. Oder von der Mod noch. Ah ja, das stimmt, das war von der Mod noch, genau, weil die nur auf Englisch funktionierte. Es gibt hier irgendwo einen Hinterhof, äh, mit einem Keller, wo wir, ich glaub, hier ist das schon, genau, wo wir noch reiche Beute machen können. Hier, da gehen wir jetzt mal rein. Oh, es ist sehr eng. 50 Prozent. Ja, lass wir nochmal durchlaufen. So, also hier kann ich, guck mal, erstmal Purified Water Stimpaks, aber hier ist auch ein geiler Safe, der ist mit Advanced. Dafür brauchen wir einen Bobbypin, dann hier ist fette Munition, Gold liegt hier rum, äh, hier ist noch Purified Water. Das ist ja ein bisschen das Spiel 60 Seconds, kennst du vielleicht, wo man dann so einen Booker überleben muss mit seiner Familie. Das ist ein sehr lustiges Adventure. Äh, guck mal hier, Aluminium Can zum Beispiel, ne, das ist das, was ich zu Beginn sagte. All die Sachen, die hier liegen, die man aufsammeln kann, die erscheinen jetzt erstmal so ein bisschen überladend und unsinnig, aber die kann man halt in diesen Automaten verarbeiten zu Waffen zum Beispiel. Und das ist schon ein Unterschied, ob ich jetzt hier so eine Can nehme oder zum Beispiel Aluminium Can, weil das mir eben einfach Aluminium gibt und Aluminium ist, ja, braucht man einfach oft für geilen Scheiß, wenn ich eine Waffe upgraden will oder bauen will oder so weiter. Äh, so dass ich hier halt wirklich viel rumgerannt bin und hab ohne Ende diese Sachen geschleppt, alter Schwede. Äh, bis ich dann irgendwann nach ungefähr 300 Stunden, in denen ich so viel Siedlung und so weiter gebaut hatte, mit dem ganzen Kram, den ich hier aufgesammelt hab, mir glaub ich eine Mod genommen hab, die das Ganze ein bisschen vereinfacht. Aber ich hab das sonst alles händisch gemacht und ich werd später nochmal mein Spiel schon auf der Playstation 5 zeigen, äh, auch mit dem neuen Update, was wir jetzt ja nochmal runtergeladen hatten, was wirklich dann in Summe über 60 Gigabyte sind auf der Playstation. Während das auf PC 15 sind, ähm, hab ich das jeden, ich wollte nochmal gucken, hab ich jetzt jeden Goldbarren gefunden? Ich glaube ja, da kommen wir halt noch nicht rein. Wir brauchen eine Bobbypin, ich glaub Bobbypins sind hier aber nicht zu finden. Dann müssen wir nochmal wiederkommen zur Not. Äh, oder find ich hier noch eine Bobbypin? Okay, 88% für Deutsch auf YouTube und auf Twitch waren es glaube ich 53%. Für Deutsch? Ja. Ja, aber okay, das ist doch in Ordnung, dann stellen wir es um auf Deutsch. Ähm, aber da haben wir Deutsch und Englisch gehört, das ist doch gut. Titel auf Deutsch geht, glaub ich, nicht als Kompromiss. Man kann, glaub ich, nur einmal das komplette Spiel umstellen und nicht unterschiedliche Sprachen für Sprache und Untertitel. Das geht, glaub ich, nicht. Aber, äh, Vote ist Vote, natürlich, das ist halt immer so, ne? Die einen wollen's, es ist bei Deutsch und Englisch, egal welches Spiel du spielst, die Hälfte sagt Englisch, die Hälfte sagt Deutsch. Und egal wie ich's spiele, auch auf YouTube hab ich immer Kommentare, wenn ich's auf Englisch spiele, schreiben Leute, oh, äh, wieso spielst du's auf Englisch? Ich komm jetzt nicht mehr wieder, du bist doch Deutscher, warum spielst du nicht auf Deutsch? Und wenn ich's auf Deutsch spiele, schreiben Leute, ey, die Deutschen sind groß voll kacke, wieso spielst du's nicht auf Englisch? Ich komm nicht mehr wieder. So, es, natürlich sind dann immer Leute, äh, dann auch unzufrieden und ich kann's nicht jedem recht machen. Aber ich geb mir Mühe, es möglichst vielen recht, recht zu machen. Hier oben war auch noch, äh, so ein Säckchen, genau. Oh, okay. Wenn man den Chat schreibt, das geht über Untertitel, äh, über der Gameplay und da kannst du die Untertitelsprache einstellen, vielleicht geht das dann doch. Ähm, ja, wir hatten jetzt ja, aber, äh, ich speichere jetzt einmal. Wir hatten jetzt ja ein Vote gemacht und ich will jetzt nach dem Vote nicht nochmal neu machen. Also wir gehen jetzt ins... Auf Desktop wieder zurück. Müssen wir auf den Desktop gehen? Leider. Gehen wir auf den Desktop starten nochmal einmal ganz kurz neu. Und... Das geht nur über Steam, soweit ich weiß. Ach, fuck, okay. Es geht gar nicht eben, warte mal, aber Options. Ich kann dir auch gleich da kurz helfen. Oh, okay, wo ist denn die Einstellung dafür dann? Nee, nee, das ist, warte mal. Geben du... Da, rechtsblick, Eigenschaften. Ach so, da ist der. Englisch, Deutsch. Das ist leider noch ein kleines Update, das ist leider nicht veränderbar. Einmal das Sprachpaket, aber das ist, oh, das ist... 3 GB groß. 4 GB groß, aber ist kein Problem, 3 GB haben wir schnell geladen. Ach nee, die Texte, das sind ja auch 3. Ja, müssen wir noch 3 GB auf Deutsch runterladen. Genau, also wie gesagt, es gibt immer die Hälfte, die unzufrieden ist und die andere Hälfte, die zufrieden ist. Aber das Gute ist, jetzt können wir gleich nochmal einen kleinen Vergleich anstellen zwischen der deutschen und der englischen Synchro. Ich glaube, dass die Synchro auf Deutsch auch okay ist. Bei so großen Spielen wie Fallout ist in aller Regel geben die sich Mühe, dass sie es gut machen, gute Sprecher finden. Und von daher ist das so oder so auf jeden Fall aushaltbar. Sven Gali Enormo, herzlich willkommen für den Support an der Stelle. Bitte ein New Vegas-Kanal durchgenommen. Wenn die irgendwann nochmal so ein Paket für New Vegas rausbringen, dann kann ich mich dazu hinreißen lassen, weil New Vegas auch mega geil ist. Erstgrund nach Fallout London, das muss natürlich auch noch gespielt werden. Ich hatte mit New Vegas einmal so eine Situation, als ich zum ersten Mal gespielt hatte, und das hatte schon relativ viele Bugs. Und dann bin ich in einen Vault reingegangen und der war schon ein bisschen über meinem Level. Also ich war ein bisschen zu früh drin, hab aber trotzdem gesagt, ey, ich halte das jetzt. Und ich hab diesen Vault gecleared und ich hab wirklich so lange gebraucht, weil ich unterlevelt war, bis ich diesen Vault gecleared hatte. Und am Ende des Vaults war so ein Raum, in dem dann so eine richtig geile Waffe war. Und das war verbuggt. Also ich konnte diese Waffe nicht aufnehmen, aufgrund eines Bugs. Und die ganzen Stunden, die ich in diesem Vault zugebracht hatte, nur um mir am Ende diese Belohnung zu holen, waren quasi für die Cuts. Und ich weiß gar nicht mehr, ob ich überhaupt noch ein Savegame hatte vor dem Vault. Jedenfalls war ich so sauer, dass ich diese Waffe nicht kriegen kann, wegen des Bugs. Und dann hätte ich neu anfangen müssen, weil ich, glaub ich, kein Savegame mehr hatte vor dem Vault. Das hat mich so geärgert, dass ich's dann erst mal weggelegt hatte. Und dann hab ich's einige Zeit später dann nochmal neu angefangen. Aber New Vegas hatte zu Beginn echt viele Bugs. So, Spiel lädt gerade, also geht... Äh, jetzt hab ich schon wieder das gleiche wie eben, was ist hier strange? So, wir machen einfach weiter. Haben's jetzt auf Deutsch, wie ihr das wolltet. Und ich kann mal hier die Mods nochmal ausschalten auch, die wir jetzt an hatten. Äh, also ja, das sind die Mods, die man hier runterladen kann. Aber sind die schon... Nee, das kann ja nicht sein, oder? Sind die schon neu auf das Ding? Ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls kann man sich hier die Mods runterladen. Nach Zeitfiltern heute. Die sind heute rausgekommen. Das sind aber vielleicht schon welche Fort Bethesda, oder? Die Oberen von... Es sollte auch, glaub ich, neue Mods geben. Decade Army Fatigue Fix. Okay, das ist interessant. Naja, hier kann man sich jedenfalls, äh, mal... Gucken, jetzt lass mich mal kurz überlegen. Wo kann ich denn die Mods, die ich hatte? Das müsste doch eigentlich auch in der Mods sein. Na, ich glaub, wir hatten keine für PC-Install jetzt. Na jetzt, ja klar, diese eine Mod gerade, oder ist die... Egal. Achso, die, äh, Mandela... Die liegt ja im Datei-Verzeichnis, glaub ich. Ja, okay, gut. Aber wenn sie nicht stört, stört sie nicht. Nö, das ist eine coole Waffe im Winter. Kennst du eigentlich die Serie, Nils? Ja, klar, kennst du die Serie. Hab ich natürlich auch durchgeguckt. Und ich find sie richtig, richtig gut. Muss man wirklich sagen. Sehr großer Fanservice. Und funktioniert auch für Leute, die die Serie nicht kennen. Aber, äh, die, der Respekt, mit der die Serie umgesetzt wurde, Äh, ist einfach großartig. Die, die Welt sieht so toll aus. Also, die ganzen Kleinigkeiten und so. Das, ich, ich hab's richtig gefeiert, die, wie die Welt umgesetzt wurde. Muss ich wirklich sagen. Was man jetzt von den Storys und so weiter hält. Oder von den Charakteren, das ist da nochmal, steht auf einem anderen Blatt. Aber grundsätzlich mal ist die Welt einfach fantastisch umgesetzt. Guck mal hier. Hallo Codsworth, was ist los? Man muss natürlich jetzt eigentlich jedes einzelne Haus untersuchen, ne? Tja, hier ist die Familie ja auch nicht. Sie ist wirklich fort, oder? Ähm. Sean ist da draußen, Kurzwurf. Ich muss ihn finden. Was ist mit Concords, Sir? Da gibt es viele Leute. Beim letzten Mal haben sie nur mit Ständen auf mich eingeladen. geschlagen, bevor ich nach Hause laufen musste. In Concord leben immer noch Menschen? Ja, obwohl sie ein wenig ungehobelt sind. Kennen Sie noch den Weg? Über die südliche Fußgängerbrücke aus dem Viertel raus und an der Red Rocket Station vorbei. Ich bleibe hier und sichere die Heimat, mach das. Aber offensichtlich hat er sich, also entweder hat er sich mit Leuten unterhalten oder er ist tatsächlich da mal hingefahren nach Concord. Weiß man ja nicht. Ich hätte eher den Eindruck gehabt, dass er die ganze Zeit über hier war. Also jetzt muss man normalerweise natürlich jedes einzelne Haus und jeden einzelnen Raum untersuchen und Köstlichkeiten einsammeln. Vorkriegsgeld nehme ich immer mit, hat überhaupt gar keinen Mehrwert, außer dass man das Vorkriegsgeld verkaufen kann und es kein Gewicht hat. Also es ist quasi kostenlose Handelsware, wenn man so will. Wir kommen ja gleich eh nochmal wieder her. Möglicherweise sind hier noch geile Sachen in den Häusern. Das werden wir dann gleich rauskriegen. Erstmal gehen wir jetzt zur Red Rocket. Es gibt jetzt auch eine neue Quest über das Update. Vielleicht kannst du da mal reingucken. Hier sind die H-Klammern. Jetzt gehen wir nochmal in den Vault rein. Weißt du, wo das Iron Burks ist? Ist hier in der Nähe. Da gibt es die neue Quest. Ah, ist auf der anderen Seite der Map. Das ist die Map. Was meinst du? Ich suche gerade, was in der Nähe ist. Hier, also wir müssen ja hier so nach Concord sollen wir. Das ist hier Red Rocket. Genau. Vault. Ah, okay, das ist in der Mitte der Map. Dann können wir vielleicht später da hinlaufen. Da gibt es die neue Quest namens Echoes of a Path, die an die Serie angelegt ist. Muss man die in den Klawer aufhalten. So, gehen wir hier nochmal rein. Saugus nach dem Osten ist das okay. Und öffnen hier nochmal den... Ah, Mist, gehen wir doch noch nicht hin. Egal, merken wir uns. Und werden dann irgendwann nochmal wieder herkommen. Später werden wir auch noch die Playstation 5 Version sehen. Und da habe ich natürlich einen Spielstand mit über 300 Stunden. Und da bin ich sehr gespannt, inwiefern die ganzen Häuser, die ich gebaut habe, die ganzen Außenposten, ob sich das da irgendwie, ob das alles richtig geladen wird, weil ich da auch teilweise da Mods benutzt hatte mit neuen Gegenständen und so weiter. Ob das überhaupt alles übertragbar ist. Da bin ich sehr gespannt, wie das auf der Playstation aussieht. Können wir einen schönen Vergleich machen. Insbesondere gleich Red Rocket. Wir gehen jetzt ja über Red Rocket nach Concord. Und dann könnt ihr euch einmal Red Rocket angucken. Und dann werdet ihr den Vergleich sehen, wie das aussieht, wenn man 100 Stunden in den Ausbau einer einzigen Siedlung versenkt. So, wir haben nicht besonders viel Ausdauerpunkte, aber ein bisschen sprinten können wir. Das ist die Brücke, da geht es rüber zur Red Rocket Station und dann kommen wir in die Stadt. Und da treffen wir dann die Minuteman. Und da haben wir das letzte. Wenn Justin gerade im Chat fragt, oh sorry. Ja, nee, sag. Ob ihr auf PC gespielt habt, jetzt ist es gerade die PC-Version. Wir wechseln später auf die PS5-Version. Genau. Vielleicht noch eine eigene Folge draus, Fragezeichen. Was denkst du? Oder packen wir jetzt alles in eine Folge? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das muss man so überlegen. Ich nehme mal, guck mal, wir sind jetzt an dem Punkt, dass ich wirklich original darüber nachdenke, mir die Klamotten nochmal anzugucken. Weil wir haben ja nichts. Deswegen müssen wir mal, gehen wir mal auf Inventory. Also natürlich alles ein bisschen, das Ganze mit, das ist zwar cool, weil das Menü Pip-Boy ist, aber es ist natürlich fürs Bedienen echt ein bisschen lame. So können wir jetzt hier gucken, okay, Schadenswalt, Jumpsuit, Schadensresistent 5, Radioactive 10. Das hat, okay, hat ein bisschen höhere Schadensresistenz. Aber es ging Radioaktivität nicht besser. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was bedeutet nochmal. Was denn? Das Schild ist ja die Panzerung. Was ist nochmal, ist das gegen Elektrowaffen oder was ist die 7? Ich glaube Laserwaffen, oder? Laser oder diese, diese... Es gibt ja auch diese Elektrowaffen, ich weiß nicht genau. Aber egal, jedenfalls das Ding ist schon ein bisschen besser. Aber auch nicht so viel besser. Das will ich wieder raus, das legen wir wieder, schmeißen wir wieder ab. Dafür ziehe ich meinen geilen Anzug nicht aus. Hier ist die Red Rocket. Und für alle, die gerade schon zu Beginn, bevor wir diese Folge gestartet haben, auf Twitch dabei waren. Energiewaffen, ja. Das ist ja sowas wie Blitze oder so. Hallo, buddy! Dodgemeat, ach nee, Dogmeat. Wie Kumpel, was machst du denn ganz allein hier draußen? Geht's dir gut? Du scheinst echt okay zu sein. Du bist echt okay. Genau, worauf wollte ich hinaus? Genau, da habe ich schon ein bisschen gezeigt, wie ich das hier ausgebaut habe. Und merkt euch das mal, wir kommen hier gleich nochmal zurück. So sieht das aus, wenn hier gar nichts ist. Und das ist aber eine, genau wie Century Hills, wo wir gerade hergekommen sind, ist das ein Außenposten, den man später ausbauen kann. Wo man dann auch NPCs ansiedeln kann, Handel treiben kann. Und so sieht das jetzt aus. Es ist für mich auch schön zu sehen, wie das eigentlich ursprünglich mal alles aussah hier. Hier an diesen Werkstätten, die sind zwei Werkstätten, also diese hier, das ist die Waffenwerkbank und das ist so eine Werkstatt. So, hier kann man jetzt, also das Ding ist quasi, bedeutet, dass es jetzt Außenposten ist. Und ich bin jetzt im Baumodus, kann jetzt hier, ich weiß gar nicht, kann ich, das kann ich auch scrappen sogar, siehst du? Ich kann alles, was hier ist, kann ich jetzt scrappen. Jetzt kriege ich dafür Ressourcen, jetzt in dem Fall halt sechs Stahl. Und kann ja alles leer machen und kann dann mit diesen Materialien, die ich gescrappt habe, neue Sachen bauen. Das ist ja alles hier Dreck, man kann das liegen lassen oder nicht, wie man will. Und man kann auch mit Mods, das habe ich irgendwann nach viel zu langer Zeit auf der Playstation gemacht. Zu der Zeit gab es noch keine Mods, als ich angefangen hatte zu bauen. Man kann diesen Dreck hier auch wegmachen und das ist ultra befriedigend, wenn man diese kleinen Steinhaufen... Oh shit, äh, fuck, äh, exit, oh shit. Scheiße. Ähm. Lass mir meinen Hund in Ruhe. Oh, okay. So, und die kann ich jetzt hier alle, wenn ich will, plündern und man kann natürlich auch, ich weiß gar nicht, so Hardcore-mäßig spielen, ne, dass man auch die ganze Zeit essen muss und so weiter. Mhm. Das, äh, vernachlässige ich jetzt mal, aber ich gucke mir die jetzt mal an und frag mich, ob die besser aussehen. Ich glaube, da hat sich tatsächlich nichts getan in der PC-Version. Nee, ne, aber die PC-Version ist schon schöner als die Playstation-Version. Wobei wir jetzt nicht die HD-Textone drauf haben. Es ist noch ohne HD-Textone. So. Du verspannst, Poppen, Nils. Was? Wenn man Fallout endlich nachholen will, direkt mit Teil 4 einsteigen oder Teil 3? Boah, also Teil 3 und auch New Vegas muss man spielen. Ich, also, wenn du Bock drauf hast, würde ich auf jeden Fall, äh, wir müssen mal hier irgendwas ausmachen, ähm. Ganz klassisches Radunehmen, das ist meistens, äh. Nee, ich will komplett ausmachen, ich weiß gar nicht, ob wir, äh. Nee, es geht schon aus gewesen. Es war doch aus, ne, ich hab die ganze Zeit irgendwas gehört. Ich glaub, es ist irgendwas anderes. Ja. Hat hier was da anders irgendwo? Ja, hier irgendwo läuft noch, da, das hier. Da muss man aufpassen, dass wir nicht geclaimed werden. Ja, weil manchmal sind halt auch in der Welt noch Radios. Ähm, so. Äh, äh, hier, der alte, das ist auch mal so geil, der alte Boston Bugle, der liegt da seit über 200 Jahren. Okay, wie viel denn noch? Was läuft hier noch rum? Wir könnten jetzt hier schon anfangen, zu bauen, wenn wir wollen. Ähm, das lesen wir uns jetzt mal nicht durch. Wenn ich's, wie gesagt, für mich selber spielen würde, würde ich alles lesen, jedes Terminal. Mad-Ex und Psycho, das sind so Enhancements. Hm. Ich glaub, wir gehen mal weiter, oder? Guck mal, die Zigaretten, wie gesagt, die kann man geil verticken. Und ich will jetzt noch einmal nach oben, lass mich mal kurz gucken. Muss ich mir was bauen? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaub, ich muss was bauen. Ich komm sonst hier nicht hoch. Hier kann man auch was kochen. Ja, hier kann man sich die, äh, ich könnte jetzt, glaub ich, zum Beispiel hier mal ein bisschen, das Mauerwurfs-Rattenfleisch nehmen. Dann müsste das eigentlich, wie kenn ich das jetzt hier auch? Was hab ich denn hier? Alles für Sachen. Hm, hm, hm. Nee, guck mal, braten. Da. Mauerwurfs haben, jetzt krieg ich das braten. Hat er's gemacht? Ja. So, jetzt hab ich hier irgendwas gebraten. Das braucht man jetzt eigentlich nicht so wirklich. Oh, ich's grad sehen im Chat. NiceTrial89, wenn du Prime hast, und das seh ich ja grad bei Twitch, dass du's hast, dann kannst du, glaub ich, Fallout 4 und 3 kostenlos runterladen, über Amazon Gaming. Ah, okay. Ich glaub, da haben grad so ein Special Week. Ach so, das ist natürlich geil. Also jetzt hab ich, guck mal, Mauerwurfs-Rattenhappen. Äh, 50 Trefferpunkte gibts zurück. Äh, oh, ich hab, ähm. Für ne Weile, das ist aber ein temporärer Effekt, sogar mehrere Aktionspunkte. Und das hat einen Wert von 8. Also ich kann das jetzt hier müffeln. So, und gut ist. Ich glaube, ich muss was bauen, um da aufs, ich will nämlich aufs Dach, weil da liegt nämlich auch noch was. Und das können wir ja direkt machen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, weil ich die Tasten nicht kenne, wie ich in dieses Menü, in das Baumenü reinkomme. Aber wir gehen mal auf. Ich glaub, Pfeiltasten sind es hier. War das so? Äh, wir gehen mal auf Strukturen. Und jetzt könnte ich, es gibt ja hier so, äh, Holz. Ah, das sind die anderen Tasten. Da, nehmen wir mal diese hier. Und wenn ich die jetzt, äh, die kann ich jetzt hier irgendwo, wieso, wie drehe ich das jetzt mit dem? Mausrad? Ne. Oh Mann, wie drehe ich den Scheiß? Gott, das ist so lange her. Ne, das ist halt PC, ne? Das ist, ich kenne das nicht. Naja, ich habe so auf PC gespielt. Und das ist echt lange her. Q und D vielleicht? Pfeiltasten navigieren? Naja, ne. Boah. Was war drehen? Maustasten. Ne, Q und D. Boah, ich will die Leiter drehen. Ich weiß nicht, wie es geht. Steht das irgendwo? Die selbst drehen? Ich glaube, du kannst dich auch drehen, wenn du jetzt... Ne, das geht auch anders. Das geht anders. Na, Pro. Maustasten. Linke Maustaste. Ah, so, okay. Ah, gedrückt. Oh, das ist ja echt ein bisschen umständlich. Ja, das ist die Kontrollsteuerung. Oh Gott. Ja. So, wir bauen das mal. Und... Tab kommst du wieder raus. Jetzt gucke ich mal, ob ich jetzt hier, ob mir das schon reicht, wenn ich jetzt hier so raufgehe. Oh Mann, das reicht doch nicht ganz, glaube ich. So, wie komme ich jetzt wieder ins Baumenü? Tab nochmal drauf. Oh nee, V halten. Da oben steht es gerade. V halten. Ah, da steht es genau. V halten. So, und jetzt können wir noch mal eine kleine Leiter dazu nehmen. Ich habe, wie gesagt, immer nur auf Konsole gebaut. Deswegen... Warte mal. Boah. Ich glaube, es ist tatsächlich auf Konsole auch ausgelegt. Das ist schon... Ja. Nicht so einfach auf PC. Äh, auch auf PC. Pass auf, wir machen das jetzt anders. Es ist nicht so... Es geht jetzt nicht um Schönheit. Das können wir auch wieder abbauen. Es geht nicht um Schönheit. Dann... Oh Mann, ey. Boah. So, da oben rauf. Das ist Kunst. Das ist okay. Ja, das war doch okay. Dann mach es doch bitte. So. Okay. Mir egal. Das reicht jetzt einfach mal, um nach oben zu kommen. Ähm. Weil hier oben ist nämlich noch was. Meine ich eigentlich dachte ich... Oh, doch nicht. Ich dachte, hier liegt noch eine Sniper Rifle oder sowas. Oh, ich dachte, hier war noch eine Sniper Rifle. Oder auf dem Nebendach. Ach, das ist nur ein großes. Okay. Dann hab ich mich aber getäuscht. Okay, ich dachte immer noch was. Naja, es ist lange her. Mh. Ja, wir könnten natürlich jetzt auch einen Controller ausrüsten. So, ich kann das jetzt auch wieder abbauen. Äh. Und er kann natürlich jetzt hier aufräumen und... Warte mal. So, den ganzen... Alles jetzt hier scrappen. Und quasi sauber machen. Das war der Vorgänger von den ganzen Aufräumspielen. So, äh... Ja, echt. Hausflipper und so. Ja, es ist wirklich so. Es ist ja auch einfach so befriedigend, dass sie einfach wieder schön zu machen. Dass sie gerade die Straße abmachen. So, ja. Ist ja lustig. Kann das alles wegmachen. Und... Und bekommst du auch Zeug dafür, dass es schon zu hell ist. Dann hab ich Scrap. Ich weiß gar nicht, ob Scrap überhaupt was wiegt. Aber... Und dann kann man hier anfangen, sich das schön zu machen. Und ich zeig euch, wie gesagt, später mal auf der Playstation. Ich glaub... Scrap landet im Lager, glaub ich, von dem einzelnen Werkstätten. Ja. Ja, das ist, glaub ich... Ich weiß nicht, ob das universell ist. Oder ob das mit einer Mod geht. Nee, aber pro Lager, glaub ich. Ja, aber da kann man, glaub ich, ne Mod nehmen. Das ist universell. Achso. Bin ich mir sicher. Irgendwie geht das. Du meinst, ne andere Tankstelle, schreibt der Chat. Ja, okay. Dann war das eine andere Tankstelle. Ja, okay. Ist lange her. So, und innerhalb dieses Bereiches hier, also das Grüne sind die Wände. Hier kann ich bauen. Und ihr seht oben rechts den Reiter Größe. Der gibt an, wie viele... Oh, ist das ein Sturm? Kommt ein Sturm auf? Der gibt an, wie viel Konstruktion ich hier errichten darf, bevor quasi das Limit erreicht ist. Und ich hab auf der Playstation damals, auf Playstation 4 angefangen, diese ganzen, ähm, Dinger auszubauen. Und hab dann, bin dann immer relativ schnell, weil es auch Playstation 4 war, an die Grenze gestoßen. Und dann hab ich durch Zufall ein Walkaround, ein Workaround, äh, oh, ich muss hier mal rein, wegen des Sturms, gefunden. Äh, ohne irgendwo zu lesen, sondern da hab ich einfach durch Zufall selber gefunden. Und zwar, wenn man irgendwas auf den Boden wirft, zum Beispiel, ich schmeiß mal aus meinem Inventory, äh, was haben wir denn hier mal? Äh, Waffen, ist eigentlich scheißegal, was. Den E-Ring vielleicht nicht gerade. Aber ich könnte jetzt, was weiß ich, ähm, ne Pipe-Pistol oder was auch immer, jetzt auf den Boden schmeißen. Nee, äh, warte. Okay, ich auf Ablegen, und zwar R. So. Und wenn ich jetzt in diesen Menü gehe, ins Menü gehe, und scrappe das, dann geht der Balken wieder runter. Sodass ich immer super viel Shit gesammelt habe, und hab das dann gescrappt, und so hab ich den Balken immer wieder runtergemacht, obwohl eigentlich schon, ähm, mein Limit überschritten war. Und dadurch hab ich auf der Playstation 4 riesige Konstruktionen errichtet, die ich eigentlich gar nicht hätte bauen sollen. Aber es hat wunderbar funktioniert. Noch eine Aussage aus dem Chat, du kannst Handelsrouten zwischen den einzelnen Lagern errichten, und dann kannst du das Lager quasi global machen. Genau, vielleicht war das so, man kann dann diese Bramins hin und her schicken. Äh, genau. Ich wollte jetzt eigentlich hier mal kurz den Sturm abwarten, wir können uns auch hinlegen, dann ist der auch weg. Aber warte, hier ist, ach ja, das Bett hatte ich gebaut. Ich kann jetzt hier ein Bett bauen. Warte mal. Das ist natürlich auch schon die große Frage, wie weit die PS5 mit dem Updaten ist. Ja, die müsste schon durch sein. Äh, können wir auch gleich machen. Aber ich wollte noch einmal in die Stadt rein, um das nochmal zu zeigen. Ähm. Oh ja, gute Idee. Warte. Äh, wir machen mal, wir gehen mal auf. Die Steuerung von dem Invertal, äh, von dem Menü ist richtig schlimm. Ja, die Steuerung, das ist hart, nervig. So, wir gehen mal auf Möbel, auf Betten, und die sind alle gleich. Wir machen mal das, was am wenigsten... Ich glaub, so war trotzdem kannst du das aufbauen, oder? So, das können wir jetzt hier einfach... Boah, das ist ja fürchterlich, war das... Das ist aber auf Playstation auch so gewesen. Ich kann jetzt ein Bett hinstellen, so. Jetzt können wir hier auch den Sturm überdauern. Alter. Ey. Was ist los? Jetzt können wir hier auch schlafen. Es ist schon... Wir schlafen jetzt mal eine Stunde, dann müsste der Sturm weg sein. Ah, okay, so ist es auch. Und jetzt gehen wir mal weiter. Jetzt haben wir das hier gezeigt und gehen Richtung Stadt. Wie gesagt, merkt euch mal, wie das hier jetzt ausschaut. Und dann zeige ich euch gleich mal auf Playstation, wie ich das hier ausgebaut habe. Nicht nur das, aber das ist so die Sache, die ich am meisten ausgebaut hatte. Ich habe super viele Siedlungen ausgebaut. Peng. Mal gucken, ich weiß auf dem Chat, man kann, wenn man Shift hält, auch mit WSAD, die das Menü steuern. Oh, super, danke. Das wusste ich auch ewig nicht. Der doppelköpfige Brahmin. Armin, der Brahmin. So, jetzt geben wir mal der Quest nach. Wir treffen hier gleich die Minutemen. Die haben hier ihr Lager. So, jetzt lasst uns doch mal gucken. Sieht das denn jetzt geiler aus? Haben wir alle Grafikeinstellungen so hoch wie möglich gesetzt? Guck doch mal. Ah, nee, kannst du nicht nachgucken. Doch haben wir eigentlich. Ich glaube, auf PC ist es tatsächlich eher so was wie Breitbildunterstützung und so was und weniger Grafiktoteis. So, wir haben jetzt ein Level Up. Das ist das Level-System. Und da gibt es viele geile Sachen. Da muss man sich ein bisschen spezialisieren, wie man spielen will. Hier links ist so dieser Stärke-Bild. Da gibt es dann Nahkampf-Kram. Dann hier das ist der für Gewehre der Perk. 20 Prozent, also nicht automatisch Gewehre für 20 Prozent mehr Schaden. Das sind dann so was wie Schrotflinten, Hunting Rifles. Das sind nicht automatische Gewehre. Das ist schon sehr geil, weil die kann man massiv verbessern dadurch. Brauchen wir Wahrnehmung 2 ist die Grundvoraussetzung. Wahrnehmung, ja, müsste, eigentlich müssen wir das doch mal schon machen können. Pistolen sind hier. Da können wir auch 20 Prozent für nicht automatische Pistolen, also das, was wir jetzt gerade haben, die Standardkniffel da, die ist auf jeden Fall auch nicht automatisch. Damit kommen wir gut voran. Wir können auch Charis mal jetzt einfach knallert auf 9 bringen. Machen wir jetzt mal auch Just for Fun. Aber das wird natürlich dann irgendwann, also es ist super, es macht einfach Spaß, sich dann hier ... Es ist Willbald, also Willbald muss Charis mal zählen. Ich gucke mal ganz kurz, ob wir, können wir noch irgendwas ... Ich glaube, es lässt sich nur vorm Spielstart einstellen, das ist dieses, das ist dieses Mini-Menü, was es vorher gibt. Und da war alles auf Max, da bin ich mir ziemlich sicher. Das habe ich nämlich eingestellt. Genau, so, das ist hier die Welt. Aber es ist ... Chat spricht es gerade an, wenn man Charisma auf Null hat, glaube ich, oder nee, was war das? Wo man richtig schlimme Dialoge-Optionen hat am Ende. Ja. Da konnte irgendwie so ein bescheuertes Bild machen, mit dem man dann einen sehr ... ... nicht so klugen Charakter hat. Genau. Das war immer sehr gut. So, man kann jetzt leider nicht in ... Also, die allermeisten Häuser sind verbarrikadiert und nicht zugänglich, was schade ist. Da oben können wir, glaube ich, da irgendwann nochmal hin. Oh, hier ist dieser kleine Mini-Bunker, der Einzel-Ein-Personen-Bunker, der ist auch sehr lustig. Ja, diese Dinger, ja, ja. Das Cloud-Dinger, ja. Kann man auch aufmachen. Ja. Und manchmal sind da lustige Sachen drin. Atombunker für kleine Skips. Für kleine Skips. So, lass mich mal kurz, komme ich hier ganz rauf. Ja, jetzt raus. Oh, no. Oh, wey. Ich komme mal rauf. Zum Glück geht der Strom nicht mehr. Strom war auch so ein riesiges Thema in den Lagern. Meine Güte. Diese ganzen Stromkabel verlegen. Oh, Quatsch, ich bin hier mit der Freiheit. Oh. Also, man kann PC auch ein bisschen Shooter-mäßig spielen. Auf Konsole kannst du vergessen, man muss mit Bats spielen. Ui. Kommt denn da die Flammen her? Ich glaube, die rennen nur auf den Straßen herum. So, wir nehmen mal ein bisschen was mit. Wahrscheinlich werden seine Klamotten jetzt langsam auch für uns interessant. Ja, also, man hat natürlich viel mehr... Was? Achso, ja, das ist Preston Garvey. Ich komme. Ja, ja. Ja, okay, mache ich. Lasermuskete gibt es ja auch wie nicht. Sogar hier mit... Oh, wir haben schon wieder Level Up. Wäre nicht so nervig, wäre ganz sympathisch. Geil. Schon wieder ein Level Up. Können wir mal eben direkt machen. T. Level Up. Und dann machen wir mal... Intelligenz kriegen wir mehr Erfahrungspunkte. Machen wir mal Intelligenz. Achso, jetzt können wir die natürlich auch ausrüsten, wenn wir wollen. Gehen wir mal auf Inventory of Waffen. Und dann haben wir da die Lasermuskete. Wir können die auch auf... Wo ist denn hier Quick Menü eigentlich? Cool. Ist, glaube ich, Favoriten. Fert. Ah ja, okay. Super, jetzt können wir jetzt meinetwegen da die hinlegen. Und dann packen wir die Pistole dahin. Und die Molotov Cocktail machen wir dahin. Und dann haben wir die Shotgun. Whatever. Ist das hier auf den... Kann ich da auch mal der Maus dann? Nee, das ist lieber... Das ist das. Okay. Also die ganze Menüführung ist natürlich ein bisschen antiquiert, ne? Müssen wir nicht drüber reden. Mhm. Ich sehe schon im Chat, dass Preston hat große Fans. Ja, Preston Garvin nervt natürlich irgendwann als Figur, muss man leider so sagen. So. Bisschen was von Roman aus, GTA 4. Bisschen Bowling gehen. Aha. Hier darf man die ganzen Zittlungen retten. Eieiei. Hallo? Achso, ich meine, ich bin auch schon leer. Das ist echt nice, dass man hier so... Was? Ein Schuss? Wieder leer. Achso, ich muss da drehen. Achso, ist das okay. Genau, du kannst halt... Auf Konsole, war ich gerade dabei zu erzählen, kannst du nicht als Shooter spielen. Da brauchst du das Watt-System. Hier kannst du... Wo habe ich jetzt die Dinger hingelegt? Ah, okay. Hier kannst du als Shooter spielen und wegen der... Einfach, weil du mehr Frames hast. Deswegen ist Watt's nicht so wichtig. Also auf Konsole musst du halt super viel auf Agility gehen. Ich meine, es war jetzt Agility für X-Fix und Endurance. Ähm, auf Agility gehen, um deine Aktionspunkte so hoch zu haben, damit du halt das Watt ständig nutzen kannst. Das ist hier nicht unbedingt so wichtig. Wo bist du? Ah, da. Äh. Und man trifft vor allem auch einfach besser, wenn man selber schießt. Komm schon, du harte Bursche. Komm schon! Mach mit oder stirb! Komm ich überhaupt durch? Nein, das hört's auch einfach. Naja, man kommt's schon durch, wenn man... Wenn du hochgerüst bist, ja. So, jetzt, das finde ich auch immer so geil in diesem Spiel, diese, hab ich ja neulich schon gesagt, diese Museumsinstallationen dann, ne? Hier wird da so ein bisschen die amerikanische Unabhängigkeit der Unabhängigkeitskrieg dargestellt. Mit den Rotrücken, das sind die englischen Soldaten. Hier, Boston Tea Party und so. Schon geil. Und im Museum von, in Washington DC, in Fallout 3, findest du meine absolute Lieblingswaffe von allen Fallout-Spielen, das ist Lincolns Repeater. Lincolns Repeater liegt auch in so einem komischen Schaukasten in Washington, in irgendeinem Memorial. Und die verschießt, das ist halt so eine Art Hunting Rifle, und die verschießt aber 44er Kaliber, also Magnum-Pistolenkaliber. Und das macht so Bock, mit diesem Ding einfach aufzuräumen. Äh, warte, wir machen mal Licht an. Müsste so sein, genau. Per-Boy-Taste gedrückt, halt, ins Licht. Das macht so Bock. Hier unten ist der Fusion-Kern, den können wir uns schon mal holen, da müssen wir eh gleich wieder hin. Den müssen wir ja einmal hier hacken. Das Rätsel wieder dasselbe als beim letzten Mal. Ja. Äh, so, jetzt sagen wir mal, äh, das funktioniert voll... Und das ist auch so geil, das sieht man nämlich in der Serie auch. Dieses System ist das gleiche wie in der Serie, also daran sieht man, dass die halt wirklich... Bock hat. Und so, das Hacken funktioniert folgendermaßen. Ich gebe ein, äh, Referenzwort ein und dann steht hier, wie viele Buchstaben hat das Lösungswort mit diesem Wort gemeinsam. Und in dem Fall 0, das heißt, äh, ich hover dann über das nächste, dann gucke ich immer A zu M, R zu E, M zu T, E zu A, D zu L. Es ist halt einfach 0, das heißt, das kann es sein. Äh, und jetzt sehen wir, okay, es gibt zwei Referenzwörter jetzt, äh, Armt und Metal und wir wissen, Armt, ähm, hat 0 und Metal hat 1. So, jetzt orientieren wir uns natürlich, jetzt können wir uns an zwei orientieren, dann nehmen wir das nächste, ist Torch. Dann müssen wir jetzt beide gucken. Ähm, A, M, T, R, E, O, M, T, R, E, A, C und D, L, H. Und das ist, also es kann schon mal auch nervig sein, weil, äh, das ist jetzt einfach, aber die Wörter werden länger, je schwieriger das Terminal ist. Und ich habe so viele Stunden meines Lebens auch schon in Fallout 3 damit verbracht, diese Terminals zu hacken und irgendwann werden deine Augen richtig blöd, weil du die ganze Zeit versuchst zu finden, ey, wo ist jetzt das passende Wort. Äh, das könnte es jetzt, glaube ich, sein, weil es hat nichts mit Armt zu tun, aber es hat eins bei, äh, Metal, machen wir mal. Und es war einfach komplett falsch. Ähm, jetzt haben wir noch Hatch. Habe ich einen Fehler gemacht? Lass mich mal kurz gucken. Letzter Versuch. Ja, und wenn ich es jetzt falsch mache, kann es sein, dass ich nicht mehr wieder rankomme, ne? Aber doch, das ist ja questrelevant. So. Ich könnte jetzt nochmal rausgehen und neu starten, weil, äh, manchmal ist es so, wenn man dann, ich habe nur noch einen Versuch, das sieht man da oben, dass sich das, dass das Ding dann, ähm, kaputt ist. Deswegen, wenn ich jetzt rausgehe und nochmal wieder reingehe, dann, und, es ist leider so, dass es schneller ist, wenn ich einfach drei Sachen anklicke, wieder rausgehe, drei Sachen anklicke, wieder rausgehe. Das geht viel schneller, als wirklich zu hacken. Und das ist ein bisschen schade, weil die Immersion dadurch verloren geht. Weil ich habe wirklich mir so viel Zeit immer genommen, das alles so zu machen, wie es gedacht ist. Und irgendwann habe ich gemerkt, ey, es ist viel schneller, einfach immer rein und raus zu gehen. Ja, das Spiel ist eher nicht vergleichbar mit dem Wordle, was so ein bisschen bekannter geworden ist, vor ein paar Jahren. Also, ne, von der New York Timers, glaube ich, am Ende. Das ist genau dasselbe Spielprinzip. Du hast fünf Buchstaben geworden, musst dann die richtigen Kombinationen finden. Okay. Können wir das hier eigentlich von der Seite aufmachen? Ich glaube nicht, dass ich das Schloss knacken kann. So, wir gehen mal nach oben, da sind die ganzen Buddys. Wir looten jetzt mal nicht alles weg. Der Chat sagt, du kannst die Klammern einklicken, dann bekommst du mehr Versuche und es werden falsche Wörter entfernt. Das ist ein bisschen ungewohnt, nicht alles über Watz zu machen. Macht auch Bock, aber ich bin eigentlich ein Watz-Freund. Das habe ich immer sehr hochgelevelt, die Watz-Sachen. Die Mucke auch hier. Wahrscheinlich sind die Sachen, ich kann jetzt leider, doch bei Transfer kann ich das, glaube ich, schon sehen, ob die besser sind. Anhand der Plus-Sachen sieht man das. Ich kann jetzt die Lederrüstung nehmen. Und ich weiß nicht, habe ich sie automatisch an? Bin ich sicher. Kleidung, das ist alles so umständlich. So, jetzt habe ich die hier oben. Es gibt verschiedene Slots, also einmal der Anzug. Und dann gibt es halt jeweils linke, rechte Schulter, linkes, rechtes Bein. Also kann man dann, und Brustplatte gibt es auch. Also es gibt noch fünf zusätzliche Rüstungsteile, die man ausrüsten kann. Je nachdem, was man für einen Anzug drunter hat. Das geht auch nicht mit allen Sachen. Manche Anzüge erlauben keine weiteren Rüstungsteile. Hallo, Hundimann. Ich komme rein. Ich ziehe jedem Einzelnen von euch die Haut an. Erster und letzter Fehler. Jo, tschüss. Das war es schon. Ja, Tür ist offen. Achso, jetzt habe ich das dann jetzt genommen. Guck mal, da, Lederrüstung, rechtes Bein. Da sieht man das. Die sind wahrscheinlich ähnlich. Jetzt kann ich das nochmal wieder ausrüsten. Da, rechtes Bein, zack. Jetzt habe ich aus Versehen diesen Kreuzschlüssel. Den schmeißen wir mal raus. Alles nur auf Gewicht. So, Waffe muss weg, damit ich hier nicht Ärger kriege. Und das ist jetzt Preston. Dankeschön. Hallo. Was? Wer sind diese Leute? Leute, die nach einem neuen Zuhause suchen. Einem Neuanfang. Ich bin seit Quincy bei ihnen. Lexington sah eine Zeit lang gut aus. Aber dann haben uns die Gule vertrieben. Vor einem Monat waren wir 20. Gestern 8. Heute sind wir 5. Nur ich, Philongs, Marcy und June. Und auf der Couch sitzt die alte Mama Möffi. Und das ist Sturges. Gule? Was sind Gule? Er weiß gar nichts. Du bist wirklich nicht aus der Gegend, was? Gule sind verstrahlte Menschen. Die meisten sind wie du und ich. Sie sehen heftig aus und fleben langt. Aber es sind trotzdem Menschen. Die, von denen ich rede, sind anders. Die Strahlung hat ihre Gehirne verfaulen lassen. Sie wild gemacht. Nein, das ist es nicht. Sie reißen dich in Stücke, sobald sie dich sehen. Naja, wir dachten, Concord wäre ein sicherer Ort. Die Raider sind der Gegenbeweis. Aber wir haben eine Idee. Ja. Sag es mir. Dann lass mal hören. Sturges. Sag, sieh, das ist ein abgestürzter Vertibird. Alt. Vorkriegszeit. Hast du vielleicht schon gesehen? Sieht aus, als hätte einer der Passagiere was richtig Tolles zurückgelassen. Eine komplette, unbenutzte T-45 Power-Rüstung fürs Militär. Die immer noch da ist, erstaunlicherweise. Was macht diese Power-Rüstung so besonders? Ein internes Servosystem von Westtech. In dem Schätzchen ist super das neue Normal. Du bist stärker, zäher, immun gegen Strahlung. Und mit dem Anzug kannst du die Minigun direkt vom Vertibird reißen. Dann bekommen die Raider eine Expressfahrkarte in die Hölle. Was meinst du? Gute Idee. Minigun? Das wollte ich hören. Klingt gut, was? Und wir haben schon den Fusionskern geholt gerade. Der Anzug hat keinen Saft. Wahrscheinlich schon seit 100 Jahren. Er kann mit Energie versorgt werden. Aber wir stecken fest. Ich helfe. Ich helfe gerne, wenn ich kann. Du brauchst einen alten Vorkriegs-FK. Einen Standardfusionskern. Eine hochwertige, langlebige Atombatterie. Wurde damals vom Militär und einigen Firmen verwendet. Aber wir kommen nicht in das Ding ran. Es ist im Keller, weggesperrt hinter einem Sicherheitstor. Also, ich repariere Sachen, bastle rum. Das Umgehen von Sicherheitsmaßnahmen ist nicht mein Metier. Du könntest es probieren. Habe ich schon. Ich habe mir den Fusionskern schon geholt. Kann losgehen. Na dann, okay. Vielleicht ist uns Fortuna doch mal holt. Steck den Kern in die Power-Rüstung und schnapp dir die Minigun. Dann sehen die Raider, dass sie sich mit den Falschen angelegt haben. Viel Glück. Dankeschön. So. Hier ist noch ein Magazin. Ja, also. Atomic Command. Okay, nehmen wir einfach. Mit diesen Leuten können wir alle, also normalerweise, würde ich jetzt mit allen quatschen. Gerade Mama Murphy hat super interessante Sachen zu erzählen. Nett. Diese Bubbleheads, das ist auch eine Fallout-Geschichte, die sich durch alle Teile zieht. Die stehen so rum und geben uns einen Punkt auf einen Attribut. In dem Fall ist es hier der Wahrnehmungs-Bubblehead. Es gibt für alle Attribute irgendwo in dieser Welt einen Bubblehead. Manchmal ist es auch so, dass man was machen muss, wie zum Beispiel direkt zu Beginn in irgendeine Vault rein. Und wenn man das nicht macht, dann wird der Eingang irgendwie verschlossen und dann kriegt man den nie wieder. Deswegen gibt es manchmal auch Situationen, wo man einen verpassen kann. Aber nehmen wir mal an, wir kriegen die alle. Dann muss man auch kein Attribut auf Level 10 leveln, weil dann, ich glaube, ich weiß nicht, ob der da noch was bringt, ehrlich gesagt. Der Bubblehead. Ich glaube schon, dass wenn man jetzt, wenn ich zum Beispiel 10 auf Endurance habe und dann habe ich noch irgendwelche Rüstungsteile, die mir einen Bonus auf Endurance geben, glaube ich schon, dass das noch angerechnet wird. Also man kann theoretisch 14 Endurance haben, die werden dann aber nicht angezeigt als Beispiel. Aber ich bin mir nicht sicher, wenn ich jetzt schon 10 Charisma habe und finde noch einen Bubblehead auf Charisma, ob das dann angerechnet wird. Weil insbesondere, ja gut, Charisma ist ein scheiß Beispiel, weil man da ja dann eh mit 10 eigentlich die höchsten Chancen schon hat. Bin ich mir nicht ganz sicher, wie das ist. So, wir gehen jetzt mal und machen das, was die gesagt haben, diese Powerrüstung holen und dann die Minigun rausziehen. Ich habe schon im Chat gelesen, dass es Probleme mit der PS5-Version gibt. Bin mal gespannt, wie es bei dir funktioniert. Ach echt? Was Kühlung und so angeht, ja. Die scheinen einfach mal ausgegangen zu sein bei Gorlix. Ah, ich sehe gerade die Pipfiguren werden angerechnet, die Pip-Boys. Was habe ich gesagt? Wie heißen die Pip-Boys? Bubbleheads. Entschuldigung, Bubbleheads, mein Gehirn. Bubbleheads. Genau. Sasch, vielen lieben Dank für den Support. Die Ladezeiten sind trotzdem immer noch krass. Das Spiel ist 10 Jahre alt und du kannst es auf einem Quantencomputer spielen. Und es wird trotzdem diese unsäglichen Ladezeiten geben. Was ich nicht checke. Das gab wohl eine Mod, die das verkürzt hat. Aber die geht jetzt natürlich nicht mehr. Die geht jetzt natürlich nicht mehr. Aber es ist halt eigentlich völlig unnötig. Das liegt dann an deren Technik. Na, die Creation Engine ist schon ein bisschen älter. Ja. Oh. Ja. Was? Was hast du gefunden? Wo hat jemand was gefunden? In der Wand. Ja. Guck mal, da ist noch so ein, das können wir jetzt direkt abspielen. Die findet man überall in der Welt. Ach, der ehemalige Besitzer, der ist dann. Am 20. Oktober ist unser Vertibird auf dem Weg nach West Stockbridge auf das Dach dieses Museums gestürzt. Die Ursache, ein elektromagnetischer Puls als Folge einer atomaren Explosion. Mehrere Explosionen, um genau zu sein. Anhand der Meldungen, die ich aufgeschnappt habe, kam es wohl überall auf der Welt zur Detonation. Unser Co-Pilot wurde beim Aufprall getötet. Der Pilot ist einen Tag später an seinen Verletzungen gestorben. Am nächsten Tag wurden Florty und Canaver von ein paar verängstigten, verzweifelten Überlebenden erschossen. Danach ist Brzezinski abgehauen. Hab ihn seitdem nicht mehr gesehen. Jetzt muss ich mich wohl von der Truppe entfernen, falls dieses Konzept überhaupt noch Sinn ergibt. Der Fusionskern meiner Rüstung ist leer. Meine Tage als Soldat sind also wohl vorbei. Jetzt können wir hier wegschreddern. Ich habe ja schon einige abgeballert Okay, der ballert Wir können ja auch jetzt runterspringen Wir haben ja die Power Armor Ist auch lustig, dass die Raider so Unnötiges Selbstbewusstsein haben Dass die glauben, sie könnten mit mir in der Power Armor Irgendwie konkurrieren Ist natürlich super unpräzise Warten, dieses Mal bist du nicht unbesiegbar Hä? Dieses Mal bist du nicht unbesiegbar, musst du aufpassen Ja, stimmt Wir haben ja neulich diese Mod angemacht oder den Winzeblieben-Modus So, ähm Jetzt gibt es gleich noch eine kleine Überraschung Okay, macht mal alle weiter So, das ist jetzt unsere kleine Überraschung Ähm, aber ich bin zum Glück, äh Selbst klug Und, äh, glitsche hier mal rein Kannst dir mal fragen, wie cool ist das? Ja So, die Dann werde ich jetzt abverlangen Und das war auch so geil, weil Klar, die gab es auch schon in Fallout 3, diese Äh, Deathclaws und die waren da schon geil Aber die haben hier nochmal Äh, sind nochmal epischer auf jeden Fall Die, äh, Deathclaws Hier ist es auch völlig egal, dass hier gerade ne Deathclaw um die Ecke gekommen ist Die werden wir gleich, glaube ich, nochmal wiedersehen Und dann ist es ein ganz gutes Versteck da in dem Haus Von da aus kann man die ganz gut Platt machen Ja, an der Stelle Empfehlung Wenn ihr es noch nicht gesehen habt Äh, wir hatten letzte Woche Ein Video über Fallout 4 mit KI Haben wir ein bisschen mit Deathclaw gequatscht Und auch mit Stockmeet Ja So, guck mal, die Linie zählt alle schön Das finde ich gut Linkes Bein Haben wir, glaube ich, noch nicht Äh, das nehmen wir alles mit Also nicht rechtes Bein Gucken wir uns gleich mal an Doppelläufige Schroflinte Die nehme ich mit, weil man die dann, äh, zum Reparieren und so braucht Auch wenn ich die schon habe Oh, ne Lederrüstung Gucken wir uns mal an Oh, ich habe ein bisschen Angst, dass gleich die Dings noch kommt hier Die Deathclaw Ich gehe nochmal kurz hier rein Wo wir in Sicherheit sind Und schauen wir eben im Menü Bei Kleidung Also, wir haben jetzt erstmal Linkes Ah, darf ich jetzt nicht Okay, aber machen wir gleich Linkes Bein, rechts Also haben wir überall Rüstungsteile Na gut, das machen wir gleich Also, wo ist die Deathclaw? Die kam ja hier aus ihrem Loch gejumpt Da ist sie Und schnell hier rein So Ein bisschen Cheaten ist okay Der will mein Hund platt machen So Ihr seht, was der aushält Wenn man den jetzt irgendwo trifft Wo es halt nicht Zufälligerweise so einen kleinen Laden gibt In den er nicht kommt, weil er so groß ist Guck ich das mal an Wenn ihr die Labyrinth trefft Ohne Power Armor Alter Schwede, ey Möglichst nicht hier reinglitschen Und es geht So, das war's Down geht sie Ah, die ist einfach krass Wir nehmen einfach mal alles mit Was die so hat Und mit dieser Mod Die wir gespielt haben Gibt es, wie gesagt Ein Video auf YouTube zu Da kann man sich mit dem Ungetüm unterhalten Und das ist ganz lustig Weil die sagt dann wirklich so Oh, mein Instinkt Ähm Sagt, ich will dich zerreißen Oder so Und macht halt wirklich klar Ähm Man kann keinen Dialog mit ihr führen Ich weiß gar nicht, wie man die jetzt Und man hat keine Chance Ohne Power Armor Ohne Minigun Einfach so Die zerreißt dann komplett Da sind wir wieder mit den Ladezeiten Ähm Wir können die Rüstung leider nicht ewig tragen Sondern müssen halt Wenn der Fusionskern alle ist Dann müssen wir leider sie abgeben Ich hab bei meinem anderen Spielstand Hab ich die alle Die ganzen Power Rüstungen, die man so sammelt im Spiel Hab ich alle bei Red Rocket Gesammelt sozusagen Guck mal, das ist hier Der Leer Da hat der Da hat er seinen ganzen Seine Beute reingeschleppt Die er weggefressen hat Da können wir auch runter Also da können wir runter Da sind überall Meierlerks Aber wir können auch durch diese Tür Wir müssen ein Auge haben auf die Batterie Die ist jetzt bei 50% Glaube ich Sich das richtig Ah das ist so geil Hier alles Alles in Lupen Da guck mal hier Ähm Voltag Lunchbox Oh So ein kleines Modell Hab ich auch alle gesammelt Hier sind die Wände eingestürzt Da geht es nicht weiter Äh Wop So jetzt gibt es hier Ladezeiten wahrscheinlich Oder? Ne Tankstwerterweise nicht Müssen wir mal gucken Wer jetzt hier kommt Ah Muss ich eigentlich gar nicht Die Minigarnet ist Mal dafür Anzuschmeißen Wie kalt Die zerspratzen Weiß gar nicht mehr genau Was hier ist Ehrlich gesagt Wir hätten auch direkt loslaufen können Auch da war ich noch nie Das ist für mich alles da Wo du da bist Warst du noch nie? Ne Das krieg ich gar nicht Dass man da runterkommt Ja Da musst du halt Das ist auch zu Beginn Ne Also Wenn du da ohne Powerarmor langläufst Das ist halt auch hart Äh Da hinten ist noch eine geile Box Da ist irgendwas cooles drin Und ein Stash Ich weiß gar nicht wie wir da raufkommen Ehrlich gesagt Vielleicht muss ich Über die Powerarmor Darüber klettern Weiß ich nicht Vielleicht Über den Stein Und jetzt Du bist auch so hin oder? Zumindest an Ja doch So stimmt So komme ich ran Aber der ist noch der Stack Ich glaube vielleicht Wenn ich da rausgehe Warte mal Wie komme ich nochmal raus? Ich kann nicht über die Arme Darauf klätern Ich weiß gar nicht Ne 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 Weiß ich nicht Wie ich da rauf Oder Also irgendwie kommt man da Jedenfalls rauf Wir können jetzt nochmal ganz kurz Das hier ausrüsten Linkes Bein Rechte Arm Rechtes Bein So jetzt haben wir hier Genau den Hanisch Jetzt haben wir Alle Rüstungsteile einmal ausgerüstet Rein damit Jedenfalls könnte ich da jetzt irgendwie hoch Ich versuche es jetzt nicht eine halbe Stunde Aber da kommt man hoch Da ist ja noch so ein Capstash Das ist ein bisschen Dings drin Hier Wie heißt es Ah da ist auch noch was Lunchbox Da sind irgendwelche kleinen Süßigkeiten Oder Da ist noch ein zweiter Fusionskern Sehr gut Also mit dem Wenn der Fusionskern alle wird Unserer Power Armor Können wir den jetzt direkt tauschen Das heißt wir sind safe Und müssen die jetzt hier nicht irgendwo abstellen Können ja noch ein bisschen weiter erkunden Oh geil Hä wir haben neue Gesichtstätigung freigeschaltet Ja danke Das ist nett Nicht dass wir vorhaben eine zu nehmen Da sind Manteds Das nehmen wir alles mit Man kann auch nicht dran vorbeilaufen Man muss immer alles looten Ähm Das sind ja diese Aluminium Sachen Na Hab ich euch ja erklärt Ja wir könnten ja auch eine Runde pennen Dass es selbst den ganzen Schrott liegen lässt Mach mich verrückt Ich hab immer alles eingepackt Ja ich auch Äh Nikola Das Da hab ich ja drüber geredet Ich hab immer alles eingepackt Irgendwann checkt man natürlich auch genau Welcher Schrott wertvoller ist Ja Also wie gesagt eine Aluminium Dose Ist wertvoller als eine normale Dose Aber Äh das ist jetzt nicht die Dieses Spiel Also ich werd jetzt hier nicht alles looten Das ähm Du machst das schon sehr sinnvoll Okay hier kommen wir jetzt wieder raus Da hab ich auch nicht alles jetzt Äh mitgenommen Also wir haben ja glaube ich noch ein, zwei Abzweigungen Jetzt hier gar nicht erkundet Aber ich wollte das jetzt einmal zeigen Das ist sozusagen Da geht's ähm Über den Layer der Death Der Todeskralle äh geht's da unten Unten rein Und dieser Fusionskern ist tatsächlich Sehr wertvoll Den verkauft man natürlich nicht Weil Das ist halt wie gesagt Die Batterie für die Power Armor Und Da war ich gar nicht wo du gerade bist Sagt Rookie Ja Äh das ist ja auch sehr subtil Ne Also man Dass man da dann in das Loch reingeht Wo der herkommt Das äh Gerade wenn man gegen den gekämpft hat Dann ist man erstmal so panisch Und man vergisst das ja Man kämpft gegen diese Todeskralle Und will erstmal nur weg Wenn man auch nicht sofort sieht Und man sieht das da Ähm Ähm Äh Äh Dieser laden ist Wo man sich verstecken kann So hier wird schon wieder geballert Unser nächstes Ziel wäre jetzt aber wieder Sanctuary Ich mach mal ein bisschen Licht hier Warte müssen wir Muss doch die Quiz abgeben Müssen wir einmal wieder zurück Beziehungsweise die erstmal da Die Raider nochmal platt machen Das wäre ja einmal ein eigentliches Ziel Wie geil da Wie geil dass ich erstmal abgehauen bin ne Aber die haben ja auch nicht gesagt Dass da eine äh Todeskralle ist Au hör mal auf Ja alter hast du auch geschlossen Ja Jetzt können wir zurück Und müssen wieder da rein Wir lassen mal die Power Armer Können wir hier stehen lassen Klaut keiner Klaut keiner Klaut keiner Klaut keiner Klaut keiner Äh ich weiß gar nicht Können wir uns jetzt kurz noch bewegen Haben wir jetzt Unsere Trage Kapazität Ah 154 von 220 Okay das geht noch So Aber hier dürfte jetzt eh nichts mehr drin sein Jetzt quatschen wir mit denen Oh diese Ladezeiten Das ist wirklich das einzige was mich verliebt Ah das ist runtergekommen Zum Glück ja Hallo Das war wirklich erstaunlich Ich bin froh dass du auf unserer Seite bist Gerne Alle okay Werdet ihr jetzt klarkommen Ja Für eine Weile Zumindest können wir jetzt einen Ort suchen der Also Als wir uns trafen hast du etwas über die Minutemen gefragt Eine Sache solltest du über uns wissen Wir helfen unseren Freunden Und zwar durchgehend Für alles was du getan hast Danke Äh Ich habe es nicht für das Geld getan Hey Tut mir leid Ich bin es gewohnt dass jeder nur an sich denkt Du erinnerst mich an meine Freunde Die andere Minutemen Die ihr Leben für etwas gelassen haben Das größer ist als sie selbst Eine Deathclaw zum Beispiel Ist auch größer als man selbst Wir könnten deine Hilfe brauchen Mhm Okay Gavi Ich bin dabei Oh wunderbar Aber du suchst noch mehr nicht wahr? Ich habe es gesehen Das Loch in deinem Herzen Äh Äh Was? Rede weiter Okay Ich höre Du bist ein Mann ohne Zeit Ohne Hoffnung Aber nicht alles ist verloren Ich kann Die Energie deines Sohnes spüren Ich glaube im englischen Original sagen sie You're a man out of time oder sowas Ich bin mir nicht ganz sicher Aber die Übersetzung Verliert glaube ich So ein bisschen das Mysteriöse da drin Weil sie Kennt uns ja gar nicht Wir haben unsere Geschichte noch nicht erzählt Und sie hat aber so eine Gabe des dritten Auges oder sowas Und vielleicht ist sie auch einfach nur ein Junkie Jedenfalls sagt sie dann so Ey du bist sozusagen aus der Zeit gefallen Er glaube ich Das ist eigentlich so Worauf sie im englischen hinaus will Und hier wird es übersetzt mit Du bist ein Mann ohne Zeit Was natürlich lame ist Weil das geht komplett verloren Was sie damit meint Weil sie bezieht sich natürlich darauf Dass wir 200 Jahre eingefroren waren Und deswegen eigentlich Nicht hierher gehören sozusagen Heißt die erste Quest nicht Du bist ein Zartreißender oder sowas Ich wüsste es geht Das sieht die Quest nahe sogar Aber ich kann ihn nicht sehen Ich kann nur Seine Lebenskraft spüren Seine Energie Er ist da draußen Und ich brauche nicht mal das dritte Auge Um dir zu sagen Wo du suchen sollst Das große grüne Juwel Das Commonwealth Diamond City Die größte Siedlung in der Gegend Äh genau Diamond City Was ist denn Diamond City? Ist John dort? Also Kind Ich bin lieb Ist der schon dort? Wenn du mir später ein paar Camps bringst Wird das dritte Auge vielleicht klarer sehen Ah Mama Murphy Wir haben doch darüber gesprochen Dieser Mist bringt dich noch um Aber sie hat ja recht Also sie sieht es ja wirklich Irgendwann sterben wir alle Wir brauchen das dritte Auge Und unser neuer Freund hier Wird es auch brauchen Also legen wir los Sanctuary wartet Also Leute Dank unserer neuen Bekanntschaft hier Ist es sicher rauszugehen Wir machen uns auf zu dem Ort Von dem Mama Murphy erzählt hat Sanctuary Es ist nicht weit Sie hat davon erzählt? Du meinst sie hatte eine ihrer Visionen Als sie total zugedröhnt war Sie ist ein bisschen schnippisch Und jetzt sollen wir uns wieder Auf so ein sinnloses Unterfangen einlassen Die ist nur am Meckern Und er ist nur am Jammern Niki und Yami Wir stecken da alle gemeinsam drin oder? Und er ist cool Also Marcy Hast du eine bessere Idee Was wir jetzt tun sollen? Wecker Marcy Irgendjemand? Also gut Sanctuary Hoffentlich finden wir dort unsere Zuflucht Gut Ah neue Ladezeit Okay Was? Neue Ladezeit Eine neue Ladezeit wieder Juhu Ja Wenn wenigstens jetzt irgendwas cooles wäre Ne? Also irgendwelche Random Facts über die Welt Irgendwelche Artworks Stimmt wo sind die eigentlich hin? Es gab da mal so ne So items die sich im Moment Die man angucken konnte während der Ladezeit Die gibt es jetzt nicht mehr Ne die konnte man auch drehen und so Irgendwelche Gewehre und so weiter Also irgendwie raus Und so schwarz ist dann ein bisschen lame Jetzt sitze ich auch noch über diesem Miniatur Ladebalkon Ah das ist halt ja Sodass man nicht mal mehr das sieht Ne? Der hinten da genau Da ist das Swantek Logo Wunderbar So Wir treffen uns jetzt einfach im Sanctuary Wir müssen die jetzt glaube ich nicht eskortieren Wir nehmen das natürlich mit Hier das Ding Und Dann können wir demnächst ja auch mal die Playstation Version laden Hier müssen wir noch hinterher gehen Jetzt laufen wir Wir können sogar Schnellreise machen eigentlich Aber wir müssen das gar nicht jetzt zu Fuß machen Denn wir waren schon da Da gehts hin nach Sanctuary Und das machen können wir jetzt einfach Schnellreise machen Und vielleicht sind die dann auch schon da Mal wieder ne Ladezeit Das ist jetzt endlich mal Aber wir sehen nächstes jetzt was Genau Ja Das Baustellenmodell des Protektron Die waren auch ziemlich cool So und das ist jetzt hier auch wieder die diese Werkstatt Das heißt hier können wir jetzt auch was bauen Und wir können jetzt hier auch den ganzen Kram wieder scrappen Und Haben dann Genug Material Um hier irgendwas geiles zu bauen Man kann Ich weiß gar nicht ob das schon alles freigeschaltet ist Aber Man wird ja auch regelmäßig überfallen Und es gibt dann hier diese Turrets Die Kosten Wie ihr seht haben die gewisse Ressourcen die sie benötigen Stahl Schaltkreise Zahnrad und Öl Und das sind genau die Sachen die wir Quasi in deren Zeit einsammeln Deswegen Ist man ständig Auf der Suche nach geilem Schrott Nichts ist hier Unsinnig Sondern alles Kann in seine Rohstoffe Zerkleinert werden Schaltkreise haben wir jetzt nichts dabei Weil wir einfach nichts gelootet haben Und dann können wir diese Sachen hier bauen Und ihr seht Okay da fehlt so viel Und diesen ganzen Kram sammelt man die ganze Zeit ein Das kann man mit Mods unterbinden Aber dann kann man halt diese Türme Die ich jetzt nicht bauen kann Die kann man dann hier auf die Dächer setzen Oder wo auch immer Und da gibt es halt in regelmäßigen Abständen So Radar Überfälle Oder Super Mutant Überfälle Und dann muss man diese Siedlung dann verteidigen Und das funktioniert über Zum Beispiel diese Geschütztürme Man kann die aber auch Wenn man keine Ressourcen hat Zum Beispiel diese Wachposten aufstellen Und Achso dafür fehlt mir auch noch Holz Okay das kann ich auch nicht lassen Und da würde dann Einer der Bewohner Stellung beziehen Und Quasi die Siedlung verteidigen Und das ist eigentlich Richtig geil Weil du kannst Deine Siedlung super cool ausbauen Ich werde das euch gleich zeigen Wenn ich auf der Playstation Hoffentlich meinen alten Spielstand noch nutzen kann Das werden wir gleich sehen Ob das klappt Dann zeige ich euch Wie man diese Siedlung ausbauen kann Und das macht wirklich Spaß Das einzige Problem ist Es ist ein bisschen wie Lost Also die Serie Lost Wo man am Ende merkt Eigentlich ist alles egal Und hier ist es auch so Dass Einfach in regelmäßigen Abständen Zwar diese Angriffe kommen Aber ansonsten bringt es gar nichts Diese Siedlung auszubauen Weil es nicht so ist Dass man Ein Territorium befriedet So wie man sich das vorstellt Wenn man irgendwo Eine Burg oder so Besetzt Dass man sagt Das umliegende Land Ist quasi durch diese Burg In irgendeiner Form gesichert Oder so Dass man auf der Karte Vielleicht sehen würde Ah okay Pass auf Durch diese Festung Habe ich jetzt hier ein gewisses Territorium Befriedet Und das ist ein So ist das halt nicht Die kommen einfach Alle Zeitabstände X Gibt es einen immer gleich Ablaufenden Angriff Auf deine Siedlung Und die wird dann Eigentlich in aller Regel auch durch Gleichen Mechanismen abgewehrt Und das ist ein bisschen schade Dadurch wird das so ausgehöhlt Weil das eigentlich mega Bock bringt Diese Siedlung die man neu entdeckt Wirklich dann zu befestigen Wenn es halt noch ein bisschen geiler gemacht worden wäre Wäre es richtig nice So wirkt es wie gesagt ein bisschen Shallow Ein bisschen oberflächlich alles Genau Ich würde vorschlagen Vielleicht ist das hier ein ganz guter Zeitpunkt Dass wir einmal jetzt switchen Auf die Konsolen Version Und dann gehen wir auch mal nach Sanctuary Und schauen mal inwiefern das Ich speichere das natürlich jetzt einmal Auf der Konsole besser aussieht Ich habe das eigentlich alles vorbereitet Es müsste klappen Wir können das sogar theoretisch hier einmal anlassen Um zur Not wieder zurück zu springen Muss ich gar nicht ausmachen Ich switche kurz auf die Konsole Ich habe das schon